neben dem stream auch noch das recording mache den audio stream auf live sieben leute sieben leute hören immer noch audio zu naja immerhin immerhin aber das wird echt wenig so dann bin ich soweit lass uns einfach jetzt loslegen auf die plätze fertig quasi irgendwas ist ja immer jetzt aber die heutige folge wird euch präsentiert von android camera.com hier ist eine weitere ausgabe von happy shooting der foto podcast schönen guten abend lieber chris hallo hallo was ist mit dir los guten tag hallo ist jetzt irre geworden wegen nachbars rasenmäher oder ich höre deinen nicht weil meiner med auch er hat jetzt erst fertig und hier sind eure moderatoren boris und chris er ist gerade wieder leiser geworden ich vermute dass er jetzt naja wobei rasenmäht man in streifen der kommt dann nochmal vorbei ein paar mal ja ich fürchte er ja auch er war schon ganz nah dran hier hinter unserem haus quasi was quasi ein steinwurf hier hinter mir ist mal gucken ob wir noch mal sehen also wenn es brummt ist das nachbars rasenmäher ich habe ich habe ja schon zu den zeiten wo ich in bands gespielt habe dann auch das ein oder andere mal in so einem richtigen echten professionellen studio aufgenommen wo so raum in raum architektur ist wo du quasi drinnen also du hörst nichts draußen und umgekehrt auch von draußen dringt nichts rein aber das können wir uns ja nicht leisten hier als podcaster so eine ordentliche schalldämmung hinzukriegen naja das soll aber nicht da habe ich auch mal ein seminar gemacht da kann draußen wirklich der betonmischer vorbeifahren das hörst du drin nicht so wir mischen hier eher bilder und klänge und sachen für euch wir sind nämlich happy shooting der foto podcast und freuen uns dass ihr wieder dabei seid heute ist der vierte april 2023 wir machen wieder eine live aufnahme und haben heute auch wieder unsere schöne einblende tafel auf dem video zu sehen ihr dürften nämlich hier gerne feedback reinwerfen das geht per tastatur das geht per audio das geht per video auf happy shooting.de slash high oder ein anderes grüßwort eurer wahl wir haben live begleitung und zwar auf unserem berühmt berüchtigten slack im kanal dienstags 18 uhr auch der ist in den show notes und überhaupt hier auf dem bildschirm rechts links links auf dem bildschirm zu sehen der scrollt hier live durch und wir fangen jetzt einfach mal vorne an mit einem follow up oder sollen wir sagen ja genau wir fangen mit dem follow up an kitsch der enrico hat sich gemeldet das ist der gewinner der kitsch aufgabe gewesen ihr erinnert euch das schwarze also das herz schwarzes herz mit bunten streifen ringsherum ich gesagt habe dass das wir gucken von oben in ein gefäß oder sowas hinein und ich dachte wir haben vielleicht so ein glas herz oder so ein plexiglas herz und dann mit laserpointern und irgendwie entsprechend lange belichtung verwirrt und die auflösung ist noch mal eine völlig andere denn er schreibt hier bei kitsch war es doch so dass mir gleich etwas light painting in den gedanken in den in den gedanken war doch schreibt er so wie war der kommentar in der letzten sendung zu sehr wie ein ingenieur gedacht ja stimmt habt ihr alle drei zu kompliziert gedacht nix mit laser und objektiv und objekt davor etc die lösung ist ganz einfach ein herz aus metall wurde mit einer led lichter kette umwickelt damit man halt die formen hat und auf dem boden gelegt bevor du weiter liest ist das ein zoom ist das ein zoom ja also metall herz der form wegen dann eine lichter kette drumherum auf dem boden gelegt die kamera auf dem stativ quasi senkrecht nach unten zimmer dunkel zwischen vier bis zehn sekunden belichtet und bein belichten wurde dann hinein oder herausgezoomt dadurch kommen die strahlen zustande so hat etliche versuche gebraucht um dann herauszufinden welche variante nun besser ist so naheliegend ja so simpel kann es manchmal sein aber sehr sehr geil das unterstreicht eigentlich nur warum du gewonnen hast ist toll ja und deinen preis kriegst du dann direkt von enjoy camera zugeschickt genau ja schön das herz gut wir haben auch noch ein feedback und über happy shooting punkte h und zwar hat sich felix gemeldet auch zu dem thema moin jury es freut mich dass ich fast gewählt worden bin und erwähnt wurde tatsächlich wollte ich schon immer mal einen versuch mit einer bokeh maske machen das war nämlich das eine kitsch bild mit diesen kleinen figuren und diese herzen bokeh herzchen drumherum und schreibt und habe die aufgabe als tritt in den hintern verstanden um es endlich umzusetzen gut gemacht sehr gut so ist es gedacht so ist es gedacht die technik hört sich tatsächlich einfacher an als sie ist die dritte maske hat dann von form und größe gepasst die ausrichtung von lichterkette im hintergrund motiv mit led lampe beleuchtet und kamera auf dem stativ hat auch mehr zeit in anspruch genommen als erwartet ja wenn man was neu lernt dann ja muss man halt üben erstmal mit vielen sachen so aber dafür hat dafür hat er jetzt das rüstzeug das wahrscheinlich sehr einfach wieder zu reproduzieren eure foto aufgaben motivieren mich tatsächlich mal dinge auszuprobieren ich danke euch dafür und für den tollen kurzweiligen podcast viele grüße vom nordharz felix grüße zurück felix genau grüße ps das brautpaar auf dem kitsch foto steht nun schon seit knapp 15 jahren bei uns rum und pps ah ja das ist noch zu dem apfel zu der apfelkitsche in meiner kindheit nannte man den rest vom apfel krebs da gibt es glaube auch irgendwo eine webseite wo die begriffe in der verteilung in deutschland aufgeführt werden von solchen dingen ich weiß nicht mehr wie die seite heißt auch dem brotkanten und alles fangen wir jetzt aber nicht an ja also der kitsch der kitsch hat eingeschlagen wir sollten öfters mal so sachen machen die wir also das brot ende heißt halt knust aber manche nennen das ganz komisch ich sage das lassen wir jetzt mal schreibt es in die kommentare wie bei euch das brot ende heißt oder der anfang vom brot weil im schwäbischen ist es nämlich ist ein unterschied zwei worte eins für den anfang eins fürs ende das werden wir dann nicht auch mal wochen bei kloster geister auch noch mal wahrscheinlich tiefer erörtern kommen wir zu den news es gibt ein update für die kanon r5 showmeter ja wir hatten es gemutmaßt es wurde gerüchtet dass ja eine neue eine r5 mark 2 sich verzögert aber ein großes feature dieser kamera schon per firmware update in die mark 1 kommt und es geht um die hohe auflösung also mehrere bilder die in schneller folge geschossen werden mit dem in body stabilizer also mit dem stabilisierten sensor der sich ein bisschen bewegt werden ich glaube neun acht oder neun aufnahmen werden gemacht und zu einem großen bild mit 400 megapixeln verrechnet also die die r5 hat ja per se schon irgendwas über 40 megapixel und das ist halt ein multishot wie ihn jetzt halt andere hersteller auch schon sehr sehr lange haben olympus hat er ja schon relativ früh mit angefangen den ibis für sowas zu verwenden ja und jetzt eben auch kanon r5 so und jetzt klingt das natürlich erst mal genau neun aufnahmen habe ich hier notiert das klingt natürlich beeindruckend wir reden dann von einem ergebnis bild was 24.000 mal 16.000 pixel hat also ein bisschen mehr wenn du rechnerisch auf die 400 kommst das ist enorm es gibt aber 400 megapixel ist ordentlich ja es gibt aber auch ein paar haken dabei meiner meinung nach also die euphorie ist bei mir relativ schnell abgeklungen weil erstmal klingt das natürlich als nerd ziemlich cool aber dann schaut man sich das feature genauer an und zwar werden in der kamera die bilder verrechnet das braucht man also nicht externe software machen und zwar zu einem jpeg es gibt kein raw 400 megapixel raw das wäre schon eine ansage ja natürlich wäre es eine ansage alleine wegen rechenleistung und und größe also größe der datei ist das glaube ich echt schwierig also andere hersteller machen halt multi shot high res bilder in raw kanon jetzt hier mit dem update nicht das mag natürlich der rechenkraft in der kamera geschuldet sein das ist richtig aber es schränkt dann natürlich auch die anwendung ein weil du kannst das ergebnis eben nicht in der tiefe bearbeiten wie du es mit einem einzelnen shot tun könntest das heißt du musst dir dann schon vor der aufnahme klar sein was du da für ein weiß abgleich haben willst und muss dann eben schauen dass es nicht mehr allzu krass bearbeiten möchtest damit zum beispiel keine farbabrisse im himmel oder ähnlichem bekommst da musst du einfach mal schauen kannst du auch so sagen schießen schnell genug für oder muss ich weiß ich nicht weiß ich nicht habe ich jetzt nicht nachgeguckt die details es gibt dann von kanon eine seite mit verschiedenen beispiel bildern wo man sich das mal anschauen kann wie das ganze funktioniert also das ganze natürlich mit unbewegten motiven ist soweit klar wenn sich irgendwas davor bewegt während die bilder gemacht werden ist das einfach mal nicht so gut ähm ich sehe aber noch ein paar mehr probleme und zwar gibt es dann schön ein paar beispiele und ja die high res variante hat mehr auflösung das kann man nicht wegdiskutieren das ist so gibt es zum beispiel beispiele beigelegt soll ich dir mal zeigen ja zu einem bild sage ich noch was das habe ich jetzt nicht gescreenshotet und zwar ist ein naturbild dabei so ein bild im wald da sieht man so ein schneckengehäuse und eine birke und ein bisschen so gras und das da genau und so ein paar kleine pflänzchen mach das jetzt hier nicht auf das ist jetzt 200 megabyte zip und wenn du das aufmachst ist dann nochmal ein dickes jpeg drin so und wenn man sich da die hohe auflösung anschaut im vergleich zu dem einzelnen schuss der ja bei der r5 auch schon jetzt nicht gerade gering aufgelöst ist dann kann man sagen ja da ist schon mehr auflösung drin aber man sieht natürlich auch den nicht ganz sitzenden fokus deutlicher also so ist zum beispiel das schneckengehäuse dann nicht wirklich knackig scharf sondern eben leicht unscharf was natürlich dann auch wieder die feinen details nicht zeigt aber das war doch schon das problem als die als die ersten kanons rs oder so raus kam mit den 50 megapixeln dass du halt auch da schon viel präziser arbeiten musstest was die bewegung der kamera einging weil halt entsprechend mehr auflösung heißt du siehst halt jede unschärfe wird auch feiner aufgelöst ich finde es halt hier spannend bei dem bei dem beispiel bild im wald da ist halt eine relativ geringe schärfentiefe dann am ende des tages drin was im einzelnen schuss schon siehst wenn du ranzoomst aber bei 400 megapixeln du gewinnst nicht so viel details also du scrollst dann durch diese 400 megapixel wenn du da mal wirklich ranzoomst da zoomst erstmal rum oder scrollst du rum bis du den punkt findest wo überhaupt ein fokus ist und ja in den pflänzchen ist dann so viel mehr details auch nicht zu sehen also die die einzelnen blattzellen und fotosynthese siehst du damit auch nicht also du gewinnst nicht wirklich viel mehr dann habe ich mir die anderen bilder angeguckt und musste dann feststellen dass die bilder zusammen sägezahn zu so einem pixel sägezahn muster neigen das kann also sein wenn irgendwo eine antenne im wind ist oder ein laternenpfosten im wind ist der sich nur minimal bewegt und die bilder dann zusammengesetzt werden dass du dann immer ein pixel ein bisschen weiter links ein pixel ein bisschen weiter rechts hast dann hast du halt wirklich so sieht aus wie so ein sägezahn vielleicht ist es aber auch ein bug beim zusammensetzen der bilder weiß ich nicht so genau aber schwierig also die die richtig richtig nah ran zoom um jetzt ein crop zu machen zum beispiel um dann halt ein extremes zoom oder sowas oder ein extremes tele zu simulieren wird schwierig ob der qualität des ergebnisses wenn das halt nicht wirklich hundertprozentig still war alles dann hat sich architektur bilder versucht zu öffnen da gibt gleich das erste beispiel das sind so ein hochhaus ich weiß nicht wo das steht was frankfurt ist oder so so ein ja hochhausgebäude halten habe ich die hochauflösende version öffnen wollen und da hat sich meine vorschau app gleich erstmal flach gelegt das ist das bild was chris gerade zeigt das hast du mir im vor der sendung habe ich gesagt ohne das manchmal eben auf ich habe eine schnelle leitung die leitung war nicht das problem sondern in dem moment wo ich das hier im preview auf dem mac öffnen wollte ist der eingefroren ja das sind halt also man kriegt hinterher so jpeg dateien 140 megabyte plus das können auch mal 200 megabyte sein und wenn da sehr sehr viele details drin sind dann legt sich irgendwie auch mal ein programm flach beim dekomprimieren des jpegs habe ich so den eindruck da hängt er dann das andere architektur bild ging war aber sehr sehr langsam also man braucht schon wirklich power um die dinger sich auch wirklich anzuschauen oder sie gar zu bearbeiten und dann frage ich mich halt okay du kriegst details aber wofür und jetzt kannst du mal die beispiele nehmen die ich angehangen habe und zwar gibt es ein beispiel bild das ist ein studio bild da ist steht ein strohbein irgendwo rum und unter anderem steht links im hintergrund steht ein wecker so und wenn ich mir diesen wecker angucke im video sieht man jetzt eben rechts das hochauflösende bild und links habe ich einfach mal ohne verrechnung einfach nur mal ran gesucht und natürlich sieht man jetzt links treppchen weil ich ja ran gesucht habe es ist also pixel treppchen die du rechts nicht siehst aber das auf dem logo london steht und bis 1795 das siehst du da auch ja naja aber halt nicht so gut auf nicht so gut und das oben drüber portugal steht das siehst du halt auch die kleine schrift da drunter siehst du auch im high res shot nicht was ich noch gemacht habe ist da habe ich jetzt aber nicht das richtige tool dafür gehabt ich habe mal auf die schnelle versucht im neuen photoshop so eine vergrößerung zu machen ist das die hier ne ich habe das leider keine hier dabei leider nicht dabei also so eine kai vergrößerung eine kai vergrößerung die ist aber tatsächlich eher für porträts gedacht die hat hier zwar auch ohne pixel stufen ist größer gemacht aber hat die schrift jetzt nicht besonders berücksichtigt dabei das war besser als einfach nur ran zu zoomen aber habe ich jetzt kein screenshot davon es gibt ja aber auch topaz und sowas womit man mit kai resisen kann das wäre jetzt noch ein versuch wert falls das jemand von euch hat probiert das doch mal aus diese beispiele kann man runterladen also und auch hier wäre natürlich die frage ist das ein relevanter bild bestandteil für den man jetzt diese hoch hochauflösende version bräuchte wenn der wecker im hintergrund steht macht zum beispiel mal dieses den screenshot mit dem strohballen auf da siehst du halt mit dem strohhut ja oder ein strohhut hier ist noch mal eins ja das links ist ja quasi ran gesumt auf die gleiche größe und du siehst halt in dem hochauflösenden schuss nicht wirklich mehr details es wirkt alles ein bisschen verwaschener so du hast natürlich keine pixel treppen oder so etwas aber die würdest du ja auch mit wenn du nicht nur zoomst sondern wenn wenn du in irgendeiner form mit einem verrechnungs methode vergrößerst selbst ohne kai hättest du ja auch keine pixel stufen also ich ich war etwas ernüchtert ich dachte dass man tatsächlich noch feinere details sehen könnte um engere crops zu machen von stoffen oder so etwas das was weiß ich weißt du weißt du weißt du weißt du auf ich fand das ich habe am wochenende ein interessantes erlebnis gehabt und da ist mir wieder aufgefallen auf was für einem hohen und teilweise gefühlt abgehobenen niveau wir hier teilweise sachen diskutieren weil ich hoffe ganz oben irgendwo war ja da sind wir sowieso das ist ganz klar ich war in meinem ich war meine eltern besuchen am wochenende meiner heimatstadt und dann waren wir in der stadt und dann habe ich einen alten bekannten getroffen der saß da irgendwie zwar schön warm und da saß dann draußen irgendwie vor einem café und hat mit jemand anderem zusammen kaffee getrunken so hey wie geht's denn und dann haben wir uns ein bisschen unterhalten und dann den habe ich schon jahre nicht mehr gesehen du warst ja hier fotografieren und zeug ne das ja wir gehen wir gehen bis am sonntag noch da wir gehen da wir gehen da und dahin mit makro im wald da sind irgendwie ganz tolle pilze und solche geschichten und wir fotografieren nämlich halt auch und ich so super geil ne leider bin ich schon wieder auf der straße aber wäre ich gern mitgekommen und dann hat er erzählt von seiner neuen fuji die er sich jetzt gekauft hat ich weiß nicht womit er fotografiert aber es ist was mit wechselobjektiv was es wird eine von den aktuellen mittel mittleren fuji irgendwo sein da reden wir dann von was immer da 30 megapixeln oder so größenordnung ist ja auch nicht wichtig aber auf jeden fall mehr als er vorher hatte und meinte dann so ja und seit ich die habe ist total toll aber jetzt muss ich mir neuen rechner dafür kaufen weil ich nicht mehr von der größe von der dateigrößen nicht mehr weil man alles man alles gerät nicht mehr mitkommt und das ist mir so klar geworden dass wenn wir hiermit mit 400 megapixeln bei einer kanon reden oder mit 60 megapixeln bei einer anführungszeichen normalen kamera die die so direkt da rausfallen dann sind wir da schon auf einem niveau auf dem die meisten menschen um uns rum nicht sind wir sind da so ganz winziger prozent promille bis prozentsatz der menschheit die sich mit diesem thema beschäftigt und das auf diese art und weise die meisten menschen werden das nicht brauchen und ich würde auch sagen die meisten von uns auf diesem hohen niveau werden das wahrscheinlich nicht brauchen natürlich nicht aber es kann ja trotzdem spaß machen aber ich habe mich ja ganz bewusst zum beispiel für die kanon r6 entschieden weil sie eben nicht über 40 megapixel sondern eher 20 megapixel hat aus eben genau solchen überlegungen heraus weil brauche ich das wirklich hat mir das gefehlt und was muss ich dann im nachgang investieren in rechenpower und in backup lösung und so weiter ist halt immer wieder die anwendungsfrage ich meine große zahlen verkaufen sich gut dass man dass man selbst für für sehr high endige anwendungen also ich sagte mal ich sag mal wieder großes werbeplakat in hochhausgröße auf dem riesen vorgehen von gerüst gehängten transparent oder sowas selbst da kommst du ja mit wenigen megapixeln aus weil es weil das bild immer auch eine funktion der nicht nur der auflösung ist sondern auch der der größe und des ab 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 des abbildungsmaßstabes und des abstands bestrachtungsabstands und klar ja dann kannst du das ohne was abhängen willst und die leute stehen direkt davor und sollen keine klötzchen sehen sondern auch noch irgendwie die blume im fiktiven fenster ja ja aber das ist halt nicht also braucht man es ist schwierig also kann man gern drüber diskutieren andererseits haben ist auch nicht falsch weil dann hast du halt die option die technik ist ja in der kamera drin die haben ja natürlich update nur 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 diesen diesen ebis ein bisschen intelligenter genutzt um ein neues feature zu machen und vielleicht brauchen es ein prozent der menschen und vielleicht freuen sich fünf prozent der menschen die diese kamera haben darüber dass dass die kamera das kann für den notfall und dann gibt es noch mal 30 prozent die sagen super jetzt kann ich damit angeben dass ich 400 megapixel habe und fühle mich dadurch besser und dann tut es halt wenigstens irgendjemand irgendjemandes ego noch gut ja ich beschwere mich auch nicht dass das feature reingekommen ist alles was ich sage ist die 400 megapixel die klingen halt sehr beeindruckend tun sie sehr und ich hatte einfach mehr erhofft also meine erwartungshaltung war eine gute megapixel oder schlechte megapixel was ich übrigens nicht glaube ist das wurde auch diskutiert dass man da ein besseres objektiv für bräuchte nach dem motto die objektive lösen ja gar nicht 400 megapixel auf ich glaube das ist nicht das problem weil erstens lösen objektive sowieso keine pixel auf sondern linienpaare also es geht schon um auflösung am ende des tages aber es genügt ja wenn das objektiv in der lage ist die 45 megapixel der a5 aufzulösen weil es wird ja mehr mit demselben objektiv dieselben 45 megapixel fotografiert nur eben mit einem leicht versetzten sensor und die hohe auflösung entsteht ja intern durch eine verrechnung der mehreren einzelnen scharfen aufnahmen also ist es muss ja gar nicht feiner auflösen so denke ich jedenfalls also von daher das sollte nicht das problem sein aber ja klar minimalste bewegungen führen offensichtlich da zu diesem sägezahn wenn das die generellen bug in der verrechnung ist und ich hatte halt gedacht dass man bei den motiven mehr details erkennen könnte aber stellt sich auch raus wenn man sich mal so die natur genauer anguckt so wahnsinnig viel mehr details gibt es an einem grasheim am ende des tages eben auch nicht also das ist halt ist halt schade wie das jetzt in den bergen ist oder so wenn man dann berg panorama mit 400 megapixel fotografiert ob man dann da irgendwie an irgendwelche gipfel kreuze besser ranzoomen kann und ausschnitte machen kann das weiß ich natürlich nicht es mag da anwendungsfälle geben ich sag mal ein anwendungsfall ist natürlich dass du nicht ordentlich komponieren kannst und dann hinterher noch massiv an dem bild rumkoppen muss zum beispiel damit damit noch irgendwas zu retten ist aber da da würde ich dann dagegen halten und sagen lernen wir auch nicht fotografieren natürlich und wie gesagt du hast kein raw hinterher also man ist dann ohnehin etwas eingeschränkt im nachgang naja und du hast halt wie gesagt 140 megabyte plus statt 120 bis 30 megabyte aufnahme ist das so ein feature was kann und halt so hinterher quasi was sie sich nicht vorher nicht richtig überlegt hatten und das hinterher so halb gut reingebastelt haben erinnerst du dich an die die video funktion der 5d mark 2 die sie ja damals irgendwie quasi auch nachgeschoben haben und dann war sie aber auch erst mal nur auf vollautomatik und nicht toll und das hat dann ewig gedauert bis sie bis sie dann irgendwann dreiviertel jahr später noch eine firmware nachgeschoben haben wo man dann die sache wie die video parametre zumindest teils teilweise manuell einstellen konnte und das hat sich auch so angefühlt wie wir haben das nicht wirklich was heißt angefühlt das war so das hatten die nicht wirklich geplant sondern dann irgendwann nachdem nikon da video mit einer spielreflex gemacht hat haben sie gesagt oh mist scheiße wir müssen das auch können wir das ja wir können wie können wir das auf die schnelle na so und dann haben dann irgendwelche leute halt noch mal in den in den development labs irgendwie blut und wasser geschwitzt und das irgendwie da reinzubauen und ich kann mir das fast vorstellen dass das vielleicht hier genauso gelaufen ist ja vielleicht kriegen wir das doch hin aber nur mit jpeg und wenn jetzt genügend leute anfangen sich zu beschweren vielleicht kommt dann irgendwann auch raw noch nach na schauen wir mal ich glaube also ich im slack gibt es gerade noch die idee gigapixel panoram dass man da vielleicht dann schneller mit fertig wird und mit einem normalen stativkopf auskommt statt dann irgendwie einen automatisierten kopf oder sowas probiert es gerne mal aus also wer eine f5 hat die firmware ist die 181 ich glaube das könnte ein dämpfer geben weil wenn sich dinge schon während der einen aufnahme bewegen ist die qualität dieser 400 megapixel ja nun noch schlechter falls er das überhaupt zusammenstitcht wenn sich da ein auto bewegt hat während der aufnahme zum beispiel in der stadt ja probiert es kommen wir zum nächsten news thema es gibt eine neue kamera ja noch eine hardware auch die wurde ja schon angerüchtet von sony die zv e1 ist eine vollformat kamera mit wechselobjektiv also mit e mount und adressiert als zielgruppe die vlogger innen also alles was so an video content und selbstdarstellung im internet gemacht wird und da habe ich erstmal geguckt was ist das für eine kamera weil dies erstmal an sich nicht uninteressant kommt in einem relativ kleinen kompakten gehäuse ohne die elektronischen sucher also hat halt nur das display zum suchen wechselobjektiv wie gesagt e mount kommt mit nur in anführungszeichen 12 megapixeln also relativ gering aufgelöst dafür iso standard schon bis 100.000 erweiterbar bis 400.000 geringes rauschen im hohen iso bereich klar 12 große megapixel hat ein ibis also in body stabilisierung mit fünf achsen das display ist nach vorne schwenkbar und natürlich auch drehbar 4k video kann sie aufnehmen und zwar auch mit 10 bit 422 über die ganze sensorfläche ohne crop hat allerdings leider nur ein micro hdmi anschluss ist halt dieser frimmelige hdmi anschluss erfüllt ja erfüllt sein zweck aber ja man sollte seine kabel die man da anschließt irgendwie entlasten sonst leiert das wahrscheinlich schnell aus und hat nur einen sd kartenslot uhs 2 also jetzt keine super ausgestattete fotokamera aber jetzt auch ja gibt gibt ist jetzt nicht allein auf weiter flur und jetzt habe ich gedacht warum jetzt die vlogger adressieren wo ist jetzt das besondere für vlogger an dieser kamera und da ist tatsächlich eine ganze menge zeug drin das gar nicht mal so uninteressant ist also zum einen hat sie wenn du auf aufnahme gedrückt hast eine rote led die leuchtet und zwar vorn am gehäuse das heißt wenn du selbst wenn du selbst vor der kamera stehst und dich selber filmst hast du eine echte kontrolle ob die aufnahme gerade läuft das verstehe ich nicht warum das so viele kamera hersteller nicht einfach mal einbauen das ist wirklich wirklich sinnvoll ich habe ja mal ein jahr lang gevloggt und du glaubst nicht wie viele takes ich dann noch mal gemacht habe weil ich dann lief weil ich glücklicherweise gemerkt habe ich war schon mal auf rekord gekommen und als ich dachte ich starte rekord habe ich es in der tat gestoppt das ist vielleicht lästig so was also das ist hier praktisch dann wird angeboten verschiedene video modi also das ding ist voll auf video getrimmt eigentlich es gibt ein video modus mit 24 p also wenn du kino look haben willst cinema scope crop ist möglich also diese extreme eins zu zwei punkt drei fünf oder was das ist es eingebaut es sind farb looks drin also quasi latz die halt lichter schatten mitten entsprechend schon einfärben in verschiedensten variationen es sinetone nennt sich das das heißt wer die videos hinterher nicht noch aufwendig kolorieren und bearbeiten möchte und mit den vorgegebenen looks leben kann der hat hier ein bisschen mehr als nur den standard der bild stabil der eingebaut es ist auch noch mal erweitert also zum einen hasse den fünf achsen stabilisator wo ich ja aber inzwischen gemerkt habe dass der größer der sensor wird und hier haben wir full frame 35 mm umso weniger effektiv ist er das haben die hier offensichtlich auch erkannt und es gibt zwei erweiterte modi wo noch ein bisschen digital gekroppt und stabilisiert wird und das eine ist so ein activity stabilisierung weiß nicht dynamic irgendwas heißt das so dass auch wirklich wenn du stärkere bewegung an der kamera ist also wenn du jetzt mal läufst zum beispiel jemandem hinterher läufst oder du joggst und filmst dich dabei dass das relativ gut tatsächlich kompensiert wird und wenn du halt irgendwo stehst und auch ein bisschen schon zitterst dass das bild dann ruhig bleibt also da gibt es lösung dafür dann haben sie ganz ganz viel mit autofokus gemacht das sony sowieso ziemlich weit vorne wenn ich sogar mit canon zusammen an der spitze also diverse erkennung körper gesicht augen die pose menschen als solche werden erkannt wenn du vors vor die kamera läuft folgt ihr das ding und lässt sich nicht ablenken und solche sagen du kannst da so prioritäten eben einstellen für vlogger einfach sehr sehr interessant es ist auch ein internes mikrofon drin und zwar eins das nach vorne nach hinten oder ringsherum die intensität steuern kann und das entweder manuell oder automatisch so dass du halt geräusche halt zum beispiel überwiegend von vorne aufnimmst und nicht von hinten das ist auch recht sinnvoll ich weiß nicht wie gut es funktioniert ich hatte ja als ich gefloggt habe auch viel mit den internen mikrofonen gemacht da habe ich so puschel drauf gemacht damit das nicht so windanfällig ist das wird man hier auch machen müssen aber die nehmen halt ringsherum auf und das war schon streckenweise ein bisschen anstrengend ein bisschen gerichtetere charakteristik wäre da natürlich ganz praktisch dann gibt es eine motor zoom schalter wippe dings auch oben gut zu erreichen lässt sich auch fernsteuern mit einem griff und jetzt gibt es zum einen objektive die haben den motor zoom drin die man damit steuern kann aber das funktioniert auch bei normalen objektiven und auch bei festbrennweiten da wird halt digital gesoomt aber sie nennen das ding clear image zoom es wird also gesoomt ohne qualitätsverlust ich nehme also an dass dann nicht mehr der ganze sensor ausgelesen wird sondern halt stückchenweise weniger und das sieht ganz gut aus also da findet man beispiele im netz das ist jetzt nicht so dass das so klar 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 irgendwie in rastern zoom sondern es geht schon relativ soft und bleibt wirklich gut von der qualität dabei das ist ganz interessant focus breathing wird unterdrückt das heißt wenn der fokus sich ändert von einer person auf eine andere von vordergrund auf hintergrund dieses pumpen im bild das wird elektronisch kompensiert und natürlich ist ki eingebaut das muss man heutzutage natürlich auch machen und zwar und jetzt halte ich fest sie haben diese bildverfolgung eingebaut die apple in mit dem ipad mal gebracht hat wer das jetzt nicht weiß beim ipad ist das so da ist eine relativ weite linse drinnen sehr extremes weitwinkel und wenn man jetzt ein facetime call macht dann kann man sagen okay ich will aber nicht das ganze zimmer aufnehmen ich will nur mich aufnehmen aber wenn ich mich vor der kamera bewege will ich dass der bild ausschnitt mir folgt so als würde die kamera schwenken und wenn noch eine zweite person ins bild kommt dann wird der ausschnitt ein bisschen größer und solche späße und das kann diese kamera auch das heißt wenn du dieses feature aktiviert dann siehst du zum beispiel erst mal das ganze bild wenn du dann vor die kamera läuft dann erkennt sie dass jetzt eine mensch davor gelaufen ist und zoom dann halt weich an dich ran wie stark das ganze in drei stufen einstellen und dann folgt dieser bild ausschnitt dir und der scheint eben auch deine pose zu beachten das heißt wenn du was mit den händen machst dann geht der ausschnitt ein bisschen weiter runter so dass die hände auch mit im bild sind ich habe den eindruck bei einem testvideo wenn du nach unten guckst dass der bild ausschnitt auch ein bisschen mit nach unten rückt also das ist so als ob da eine person an der kamera ist und das nicht so als ob die nicht auf dem stativ steht sondern als ob dann kameramensch ist der dir irgendwie folgt bei dem was du tust ist es sieht recht lebendig aus muss man mal beobachten wie das in der praxis dann ist du kannst natürlich wenn du noch jemanden hast der die kamera bedient kannst du per tab sagen welcher person gefolgt werden soll das ganze lässt sich auch mit einer app steuern also die kamera lässt sich mit einer eigenen app auch fernsteuern und wenn man selbst vor der kamera alleine eben unterwegs ist als vlogging mensch dann kannst du halt in der app eben auch darauf tippen worauf jetzt das ganze gehalten werden soll und du kannst sogar sagen ob du immer in der bildmitte gehalten werden möchtest oder ob du eine komposition hast wo du am bildrand also ein bisschen außerhalb der mitte stehen möchtest und wenn du durchs bild läuft soll die kamera dir folgen soll dich aber am bildrand halten also auch das funktioniert es ist wirklich pfiffig da haben sie sich was überlegt fängst du wie das vloggen an ich glaube nicht ich bin begeistert also viele von diesen funktionen hätte ich in diesem jahr so gerne gehabt und hättest du tatsächlich anwendungen dafür gehabt ja ja und dem in deinem vlog ja 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 als ich als ich mich jetzt mit dieser kamera heute befasst habe und habe mir so ein paar vorstellungs videos und ein paar texte durchgelesen habe ich gedacht scheiße ja hätte ich gerne gehabt hätte ich toll gefunden so also wären wirklich ein paar sachen dabei gewesen hätte mir gefallen aber gut man kann nicht alles haben was ich jetzt fotografisch wiederum interessant finde es gibt an dieser kamera eine taste das ist die bokeh taste und die ist dazu gedacht dass du da drauf drückst und dann macht sie einen unscharfen hintergrund und wenn du noch mal drauf drückst macht den scharfen hintergrund und jetzt habe ich gedacht macht sie das jetzt mit kai und künstlicher freistellung noch zusätzlich weil es ist ja vollformat ist ja eins der features warum es eine vollformat für vlogger also wenn ich das wenn ich das implementiert hätte hätte ich dann diese stelle halt einfach blende auf und 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 das tut sie auch also ich hatte tatsächlich angst dass sie damit künstlicher freistellung noch drauf gehen weil wie willst du das dann mischen was sie tatsächlich machen ist wenn du keine ahnung von der kameratechnik hast du willst einfach nur content produzieren aber willst nicht wissen wie das funktioniert aber willst diesen wie ich es hier in meinem video auch habe diesen coolen unscharfen hintergrund haben dann musst du nicht wissen dass das mit der blende zu tun hat du drückst da drauf und die kamera wird die blende einfach aufreißen wahrscheinlich auf offenblende gehen und wird das ganze kompensieren mit belichtungszeit und iso wie das am helllichten tag draußen funktionieren wird wenn die sonne knallt weiß ich nicht weil ich könnte mir auch vorstellen dass sie die belichtungszeit nicht unendlich kurz machen vielleicht geht es dann einfach nicht mehr das wird sich dann zeigen und wenn du noch mal drauf drückst dann wird die blende eben zugemacht also ich weiß auch nicht wie weit und dann entsprechend die belichtungszeit verlängert und der iso hoch hochgezogen und wie das ganze mit dieser bokeh taste funktioniert das siehst du in dem video von sony das habe ich verlinkt da ist ein mensch von sony der das vor der kamera einmal ganz gut zeigt einfach und dann gibt es natürlich die sony produktseite wo noch mal alle details aufgeschrieben sind und ich habe noch ein ganz schönes review auf youtube gefunden und da werden auch noch mal die ganzen features vorgestellt und auch diese verfolgung im bild gezeigt und so weiter genau da muss noch ein bisschen weiter scrollen da schließt er gerade die kamera an er erklärt am anfang kurz was das ist und so ab der hälfte vom video schließt er die kamera an hdmi adapter an und dann zeigt er das im live bild was sie tut ja die kamera ist verfügbar ab mai 2023 und sie ist keine billige kamera sie kostet 2000 miniaturisierung ist immer teuer ja man sagt so jetzt hier auch kommt sony stellt eine neue vlogging kamera vor was soll die schon kosten ja 2700 euro für den body alleine beziehungsweise 3000 euro mit einem 28 bis 60 zoom objektiv ist also eher eine hochpreisige vollformat kamera aber es ist eine digitale vollformat kamera mit einem ganzen sack voll funktionen sie hat aber noch ein alt bekanntes problem das kriegen sie einfach nicht raus ist wahrscheinlich der platz ist einfach begrenzt und zwar wenn du jetzt ein kabel anschließt also zubehör anschließt dann ist das natürlich auf der seite wo du das kamera display hin klappst das heißt du hast dann immer ein blödes kabel vor dem vor dem kontroll monitor das ja das ist nicht form vor der linse hat ist das doch kein problem ja ich weiß nicht mal was anderes blogger kann man hat die ist self contained du willst ja nicht noch 15 sollte so sein und du hast obendrauf ein multifunktionsschuh das heißt wahrscheinlich kannst du wenn du mikros oder sowas externe anschließt das alles darüber original sony das hat dann gleich noch die richtigen datenleitungen mit mit dem und ja 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 ich weiß nicht also ich habe das nicht uninteressant ja schon aber ich habe so das gefühl dass also dass das das thema vloggen dass also dieses ich renne mit der kamera rum und rede mit mir selbst das ist doch jetzt aber auch schon wieder rum eigentlich also sony kommt da zu einem zeitpunkt wo das thema wo doch ein thema mehr ist oder es ist relativ spät dran ich bin jetzt allerdings auch nicht mehr so drin in der szene also als ich selbst gewloggt habe habe ich natürlich auch mehr andere vlogs gesehen logischerweise weil man ist da einfach irgendwie so in so einer bubble dann drin das ist schon so es gibt das schon noch aber vlogging ist ja jetzt nicht nur draußen rum rennen sondern das ist ja durchaus auch mal statisch irgendwo sein interview situation aber du interviewst eine andere person und hast aber jetzt kein kamera menschen mehr sondern stellt das ding irgendwo hin und willst dann trotzdem vernünftiges bild haben und schärfer haben so wie hier zum beispiel auch erkannt wird da sind zwei gesichter im bild und dann wird die blende so gewählt dass beide personen scharf sind und solche späße das ist schon alles gar nicht so doof ich will ja auch mal irgendwann wenn ich groß bin influenza werden lass uns über über ganz tolle neue andere kamera technik reden und zwar von canon die haben jetzt eine ja pressemitteilung ausgehauen auf ihrer japanischen seite ich habe dann mal versucht das ein bisschen zu verstehen weil jemand sagte das muss der angucken was machen sie sie haben angekündigt dass jetzt eine eigene deep learning bildverarbeitungstechnologie entwickeln um probleme zu lösen und zwar in der kamera probleme wie rauschen farbinterpolation und aberrationsdiffraktionskorrektur okay ja warum nicht schon aber ich frage mich sind optische probleme die richtig stehen also also gut sie sagen also sie sagen weiter dass dass sie da jetzt eigene neuronale modelle trainiert haben oder wollen trainieren wollen oder dabei sind mit großen bild datenbanken und um das dann einfließen zu lassen in die erzeugung hochwertigerer bilder also es geht tatsächlich um solche details nicht um irgendwelche spielereien hier die ki macht erkennt ein gesicht und macht dann irgendwie macht ihr dann ein lächeln ins gesicht oder sorgt dafür dass die augen offen sind nee es geht tatsächlich um solche technischen details wie eben farbe und und chromatische operationen und so weiter und starkes rauschen und sowas also vielleicht einfach das ganze thema entrauschung und andere probleme einfach mal von der anderen seite angefasst so bisher hast du das halt gemacht indem du objektive durchgemessen hast sensoren durchgemessen hast und hast dann entsprechende algorithmen gehabt um zu kompensieren für jedes ding einzeln und vielleicht versucht man es jetzt einfach mit deep learning indem man sagt guck mal das sind motive so sollten sie aussehen und wenn du jetzt mit einer leicht mit mit einer distortion oder mit einem verrauschen da drüber gehst sagt die ki a ich weiß was du meinst und zieht das gerade und ich habe zuerst so ein bisschen drüber gelächelt weil so das klang so ein bisschen nach naja die die müssen jetzt halt auch noch auf den ki-zug aufspringen weil alle machen das gerade und letztendlich finde ich aber muss muss ich dann irgendwann eingestehen dass das schon fast bewundernswert ist wie wie sehr diese firma einfach sagt nö das ist viel wichtiger dass die bilder knackig sind und gut sind und dass die farben stimmen und so zeug und die spielereien die sind uns an der stelle nicht so wichtig dass die aussage die letztendlich da irgendwo indirekt dahinter steht naja das war eine kurzmeldung wann das wie in der kamera ist jemand da ist eh schon irgendwie so zeug drin in irgendeiner form wahrscheinlich nun gut das andere werden halt erzählen dass sie da dran sind wo das auch aktionäre zufriedenzustellen und sowas wahrscheinlich auch das nächste thema das fand ich es kommt auch aus dem thema aus dem bereich der fotografie und aus dem bereich der ki und zwar levy strauss und co also die 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 levi's jeans machen ach die haben jetzt eine partnerschaft angekündigt mit lalaland.ai ach ich habe es übrigens immer noch nicht gesehen ist was hast du nicht gesehen lalaland das geht nicht um den film es geht um eine firma die maßgeschneiderte ki generierte models herstellt und dieses ja läuft als pilot projekt soll die also es ist ganz viel tolles marketing bla soll die anzahl und vielfalt der modelle für produkte auf nachhaltige weise erhöhen indem es ki generierte modelle verwendet die menschliche models ergänzen sie betonen dass das kein ersatz ist für models sondern dass das dass das nur zusätzlich die diversität erhöhen soll und dass dann also auch leute mit anderen körper maßen und hautfarben und was weiß ich dargestellt werden in der werbung und das sei dann viel authentischer und menschlicher und das also marketing marketing auf gut deutsch ich habe mir da mal lalaland.ai angeschaut also die bieten tatsächlich und zwar zielgruppe mode industrie die bieten ki models an jeder körperform größe hautfarbe und so weiter die kannst du also da bauen und sagen selbst hier 90 prozent schneller als fotoshoots du brauchst keine physischen samples also du kannst da einfach generieren so mach mal und kannst dann hier irgendwo wahrscheinlich einem slider die augenfarbe haben die halt schon mal für dich gemacht ja jetzt kannst du halt generieren lassen und du kannst ein model innerhalb von fünf minuten basteln so ja ziel mode industrie ich hatte bisher tatsächlich damit gerechnet also dass sowas kommt war eins der dinge die einfach auf der hand lag es ist eine logische konsequenz von allem was da gerade passiert ja was ich halt dachte war dass da mit der zeit sehr sehr gute 3d modelle kämen weißt du und dann entsprechende puppenspieler software wo du dann eben 3d modelle hin rückst und dann sagt das sieht gut aus wie es geht noch weiter es geht nämlich nicht nur werbung sondern die sagen dass sie damit natürlich auch die fertigung unterstützen das proofing du hast du willst ja die klamotten die du da gerade design ist und bevor du die produzierst möchtest du die vielleicht schon mal auf models sehen kannst du damit natürlich machen ganz also damit so einmal einmal durch die ganze größen palette und körperform palette durchgehen sie wollen also manches ist ein bisschen kryptisch den verkaufsprozess helfen zu optimieren ja abfall reduzieren klar du musst nicht mehr so viele so viele beispiele die idee ja also stell dir vor stell dir vor du gehst online hin und kannst ein foto von dir da rein laden und du siehst die modelle siehst dich da drin das wäre doch mal geil dass das ziel das ziel geht wahrscheinlich in eine ähnliche richtung markteinführung verkürzen durch verzicht auf fotoshootings und präsentieren sie ihre kleidungsstücke auf verschiedenen modellen und um eine inklusive marke zu werden das engagement zu erhöhen und den verkauf anzukurbeln also kurz gesagt ich glaube es wird irgendwo hingehen zur zur 100 prozent individualisierten werbung also dass du da tatsächlich irgendwo so wie du dir heute auf dem smartphone irgendwie so ein emoji für dich selber bauen kannst mit allen features kannst du dir vielleicht auch dich selber da bauen und dann da einfach die die klamotte mal am eigenen körper angucken in irgendeiner form aber es ist wenn du alleine wenn allein die tatsache du könntest deine eigenen körper maße angeben und würdest im katalog eben ein menschen mit deinen körper maßen sehen um zu gucken steht mir die klamotte oder nicht aber es heißt natürlich auch schlicht und einfach für die branche es werden in zukunft weniger echte und diverse models gecastet für solche sachen ja für so es werden weniger fotografinnen und fotografin gecastet es müssen nicht mehr es müssen keine studios mehr vorgehalten werden oder weniger zumindest und damit wird zeit und geld gespart und das ist ja glaube ich eine der hauptmotivationen du erinnerst dich aber wir hatten mal ach schon jahre her da hatten wir mal gezeigt wie so ein model shooting laufen kann wenn es wirklich auf schnell gehen muss wo dann innerhalb von der minute irgendwie 30 40 50 verschiedene posen entstehen muss also nur klick 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 die models werfen sich in eine pose in die andere dann zack andere klamotten anziehen wieder vor die kamera wieder klick 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 wieder 20 30 posen alle perfekt alle gleich belichtet damit du dann im katalog die entsprechende auswahl hast und dein model eben in den verschiedenen klamotten vielleicht auch mal durch switchen kannst und das ist natürlich ein job für die models das ist hartes training und das muss man erstmal können für den fotografen ist es am ende des tages ein verständnis von licht und den auslöser bedienen also ich will das nicht runterreden das licht muss man schon vernünftig einstellen können das ist muss man auch lernen aber es ist jetzt keine hoch künstlerische anspruchsvolle arbeit das model wirft sich allein in die pose und du musst nur gucken dass alles drauf ist dass das als erstes verschwinden würde ist mir schon klar wann es dann so weit geht dass es in diese high end shootings geht also wenn es dann wirklich um um high fashion und sowas geht das wird davon nicht frei bleiben glaube ich der zustand der zustand den wir jetzt sehen ist ganz klar der schlechteste zustand den es geben wird es wird nämlich nur besser werden in der zukunft technisch fortschritt nennt man das was natürlich da auch so ein bisschen mitschwingt ist so erinnerst dich an diese in diese fußballstadien diese banden werbung die je nach zielmarkt live ausgibt das hast du mir erzählt dass sie das in austastlücke irgendwie mehrere bilder gleichzeitig durchjagen austastlücke gibt es heute nicht mehr naja nicht die auto du weißt was ich meine also dass es im intervall mehrere bilder anzeigt und die eine kamera film das und ja so funktioniert das nicht ist aber egal du hast du hast letztendlich kannst du virtuelle banden werbung reinpacken das kann so sieht als ob sie echt wäre oder live wäre das passiert live und damit hast du natürlich auch politisch ganz andere möglichkeiten also du kannst in einem in einem staat in dem gewisse dinge nicht erlaubt sind kannst du dir einfach weglassen und so weiter und kannst halt komplett auch an zielmärkte angepasste menschen zeigen das halte ich für nicht ganz ungefährlich liewe sind aber nicht die ersten die das tun es gibt zum beispiel solche sachen auch schon bei kevin klein bei tommy hilfiger und beim bei der auto group die haben auch schon künstlich generierte models eingeführt das heißt das ist quasi der weg den der wird gegangen und dann habe ich mir so ein bisschen und dann das fühlt sich so hat zum geschmack ne das ist so also ist nicht ganz rund dann habe ich mir überlegt wir haben da sowas in der richtung zumindest auch schon gesehen bei ikea die ja schon seit zehn jahren oder so im prinzip für die kataloge keine fotos mehr machen sondern du machst den ikea katalog auf und diese zimmer mit den bettdecken und den schränken und den tischchen und den lampen sind virtuell die sind gerendert unglaublich und da hatte ich aber noch nicht so ein ganz schlechtes gefühl dabei weil weil ich war was in meinem kopf davor ging war na gut da müssen jetzt weniger leute sets bauen da müssen weniger leute irgendwie aufbauen und fotografieren aber dieses skill ist halt ins rendern gewandert und das haben noch menschen gemacht und hier ist es halt noch mal es geht ins extremen das wird auch künstlich gemacht aber das ist schon so du kannst in fünf minuten ein model bauen also du hast da ein paar knöpfchen und slider und sagst ja nee da die nase muss noch ein bisschen größer und die lippen sind mir noch zu schmal und mach da mal die bäckchen noch ein bisschen röter und und ja lange blonde haare und dann gut und und diese klamotte drauf und dann hast du nach fünf minuten halt irgendwie das gebaut ich glaube bei ikea dauert alles noch ein bisschen länger wobei die mit sicherheit auch in diesem kai bereich sich umtun gerade schon da also es ist es ist so es ja es ist eine logische konsequenz das ist klar dass dahin geht aber ja so richtig gut anfühlen tut sich das nicht oder haben sie denn geschrieben ob das 3d modelle sind oder ob das so ein so ein deep learning ding ist das ist kai steht da mehr steht da nicht okay also kai also okay weil dann natürlich die nächste frage 3d modelle bauen heute das geht aber die frage wäre dann die ich mir als nächste stelle ist wie divers werden die modelle dann wirklich sein oder die werden auf jeden fall 100 prozent an das angepasst was die zielgruppe erwartet ja ich meine jetzt nur wenn du jetzt ein weißen herrn eine weiße dame blonder haare weiß ich nicht grundisches erscheinungsbild größe 44 irgendwo im katalog hast welches gesicht wird sie tragen oder er gibt gibt es gibt es dann gibt es dann das standard setting und das wird nicht groß manipuliert weil wir wollen ja noch fertig werden hier und demnächst sind ein katalogen dieselben gesichter oder gibt es dann eine zufallskomponente die dafür sorgt dass jeder hersteller dann seine eigenen models du wirst sicher du wirst sicher individuelle models haben für hersteller und so weiter es wird aber ganz sicher 100 prozent 100 prozent und da wird es hingehen dass verwendet werden was am verkaufsförderndsten ist weil deren ziel zu verkaufen und da werden die ab tests und was weiß ich alles machen und irgendwann werden diese dinge auch live generiert das heißt da da fährt ein ab test und wenn das 100 leute sich angeguckt haben und von auf model b haben was weiß ich fünf prozent mehr geklickt als auf model a dann wird das komplett auf model b und das ist so funktionieren heute online zeitungsüberschriften oder magazinüberschriften also gut wir wollen gar nicht in die tiefe gehen das ist alles das ist das ist alles seltsam kommen wir zu was ganz anderem und zwar haben wir ein gast da und bzw mit dem haben wir vor der sendung schon was aufgenommen ein gespräch der dirk prims ist da und der hat frust und das spielen wir jetzt mal ab schönen guten tag dirk hallo wir haben hier prims zu castig prims was macht er hat ganz viele podcasts unter anderem den fotomenschen podcast den haben wir hier auch schon diverse male erwähnt der kuratiert so ein bisschen die deutsche foto podcast landschaft auf foto podcast punkt de hat das buch 30 mal fotogeschichten im d punkt verlag rausgebracht was noch habe ich was vergessen dirk ich finde du hast mich vollumfänglich beschrieben also man könnte jetzt höchstens noch anhängen dass ich in frankfurt lebe und auch sonst online sehr umtriebig bin also gerne mal blogge mastodonne und was ist sonst noch alles da draußen an social media schweinereien gibt mitmache und ja die kombi aus fotografie und podcasting hat es mir ganz besonders eigentlich immer schon angetragen ganz komisch woher kenne ich das ich mache ich habe das auch schon wie ihr habe ich das schon angefangen bevor es cool war ja damals als wir noch einen erklären mussten was zur hölle wieder eigentlich tun genau das ist ja aber auch eines der geheimnisse um dann irgendwie sichtbar zu werden dass man einfach rechtzeitig dabei ist dass das das bringt schon diverse punkte wenn man so als als wie nennt man das early early mover als early mover dabei ja warum haben wir den dirk hier dirk du hast frust und da müssen wir drüber reden also du hast auf deinem blog auf kopf stimme kopf stimmen punkt ee hast punkt me ja einfach den ich hielt ich hielt mich für so schlau kopf stimme ja also ja kopf stimme mit dem punkt zwischen den zwei m ja so geht es vielleicht ja da da findet man meine ganzen meinen ganzen projekte alle podcast und auch ein link auf meinem blog genau so und du bist in der also übrigens nicht du machst auch auf mastodon hast du ein bord laufen der neue podcast folgen ankündigt auch happy shooting also deutschsprachigen podcast und ja in deinem blog post da hast du ein bisschen dann dann frust geäußert über den mangel an vielfalt und originalität in den deutschen foto podcasts kann ich das so ist das richtig du hast mal so breitseite ausgeteilt und wir haben dich natürlich nur deshalb eingeladen weil du am ende des blog post eine liste hast von rühmlichen ausnahmen und da ist happy shooting mit dabei also hast dich gerade noch mal das gerade noch mal die ehre gerettet so lädt man sich in podcasts ein bauch pinseln genau genau ich angeschrieben hätte die mich ja nicht eingeladen ich musste über alle abgehen naja jetzt jetzt lass mal hören wo ist dein frust was sind das für punkte ja also wie du wie du schon sagst ich habe relativ früh versucht einfach mal alles was als foto podcast klassifiziert werden könnte also von fotograf innen gemacht wird oder sich mit der fotografie als thema beschäftigt tatsächlich gezielt zu sammeln ich benutze dafür fit und da kann man kuration anlegen und das ist tatsächlich auch die quelle für diese regelmäßigen tut die der mastodon bot den du erwähnt hast auf geschickt noch mal so noch mal so eine so eine domain die völlig f y y d genau kann muss man auch immer erklären christian betnarek der hat dann podcast verzeichnis im prinzip genau eine suchmaschine und eine service wo man auch eben auch kuration anlegen kann und da lebt tatsächlich meinen oder sammlungen vom podcast ich habe eine sammlung vom podcast die eben die deutsche podcast szene finde ich ganz gut abbildet ja also die kann man dann wieder abonnieren oder irgendwelche per api irgendwelche bots dran stricken und so weiter exakt super super service der name ist fragwürdig aber gut da hast du jetzt also deine kuration quasi deine liste genau und weil der name fragwürdig ist kann man die über foto podcast punkt de erreichen ja leitet einfach mal um ist schön erklärungsfrei und daraus speist sich auch dieser bot wie gesagt immer wenn eine neue episode von einem der podcast sich dort gelistet habe auftaucht dann vertutete das und also veröffentlicht er einen neuen beitrag in dem auf diesen auf diese episode gelingt wird und ich höre die tatsächlich auch ziemlich regelmäßig selber an also ich wann immer da eine neue folge auftaucht ich habe die alle abonniert als einen einen einzelnen einzelnen stream und jede neue folge taucht bei mir auf es sind 152 podcasts aber das relativiert sich schnell ich kann kann gleich noch ein paar zahlen dazu geben die tauchen da alle auf und inzwischen höre ich ja längst nicht mehr alle von denen weil bei manchen weiß ich wirklich was da zu erwarten ist aber was halt wirklich auffällt ist und darüber habe ich gerantet ist eine himmelschreiende fantasielosigkeit die in der deutschen foto podcast szene vorherrscht also das ist viele von diesen formaten sind einfach abreißbildchen voneinander und leider auch vollständiger bauchplatscher im klischee also ich habe da ich habe da monika noch im ohr die irgendwann mal gesagt hat es gibt keine fotografie podcast es gibt nur podcast mit männern die über kameras reden jetzt müssen wir uns ja auch an die brust was übrigens grüße von monika soll ich dir sagen wir also wir sind jetzt ja auch zwei alte weiße männer die podcasten sind jetzt drei alte weiße männer die jetzt sind wir zu dritt sogar super super idee aber ich meine tatsächlich von diesen 152 die ich gerade erwähnt habe ich habe jetzt vorhin mal geguckt haben überhaupt nur 50 in den letzten zwölf monaten was veröffentlicht es haben 40 von denen im märz was veröffentlicht und zwölf von diesen formaten sind so gruppenformate wie unseres hier oder eure ist besser gesagt dass ich will das jetzt hier nicht gleich entführen sondern nur so wie herbe schulden und von diesen zwölf podcast die also aus zwei bis drei männern bestehen die über kameras reden gibt es genau einen in dem auch eine frau mitglied ist und also dass allein dieser allein dieser 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 gedankengang dass anscheinend das dominierende format also es gibt zwei dominierende formate das habe ich auch in meinem blog post so formuliert die ich dich immer wieder in diesen ganzen sendungen sehe das eine dominierende format ist ich bin erfolgreicher fotograf und ich erkläre dir mal wie du erfolgreich im business fotografie wirst und das andere format ist hast du gesehen was können davor hat oder die sony oder die fuji und die wir müssen und ich brauche neues objektiv und oder halt über keine ahnung street photography vielleicht so in dem sinne reden aber im prinzip eine art foto stammtisch mit mit mikrofon begleitung das sind so die die zwei dominierenden formate und dann gibt es die aber auch noch in gut und in schlecht das muss man dazu auch noch sagen also es gibt die formate wo man vorbereitung erkennt und es gibt die formate die im ernst eigentlich wo die wo die leute halt das gefühl haben sie sind so unterhaltsam und interessant dass man es einfach mitschneiden kann und ungeschnitten so veröffentlichen kann das ist natürlich so die ganze bandbreite das ist auch alles in ordnung das internet ist groß darf man alles machen kann auch spaß machen also viele von den leuten sind ja auch wirklich witzig und sympathisch und man kann da gut zuhören aber was mich dann auf so einer meter ebene wirklich überrascht ist dass das themenfeld fotografie eigentlich einen so gewaltigen raum abdeckt und in unserer gesellschaft so ein stellenwert hat dass ich wirklich erstaunt bin wie fantasielos wir da sind also so als 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 medien privat medienschaffende ist da irgendwie und professionell schon gar nicht also professionell fällt mir noch nicht mal irgendeinem foto podcast ein ehrlich gesagt also ich weiß nicht ob ihr einen irgendwie auf dem schirm habt den ich jetzt vielleicht irgendwie einfach nur übersehen habe bisher wo wo man sagen kann hat der deutschlandfunk hat da dieses tolle fotografieformat also also was so was findet ja gar nicht statt es sind ja erstens nur hobbyisten und die haben natürlich auch noch ein begrenztes zeitbudget das will ich auch nicht in abrede stellen aber so in summe sind 90 prozent der inhalte die man eben da bekommt so machst auch du geld mit fotografie oder diese kamera solltest du dir kaufen oder nicht kaufen oder vielleicht auch kaufen oder damit fotografieren gehen nachdem du sie gekauft hast also es ist so ja irgendwo müssen ja die affiliate links hin weißt du ja genau das ist das andere wenn ich da so drüber lästere und ich also ich bitte die zuhörenden jetzt gerade vielleicht so ein bisschen bei mir humor zu unterstellen wenn es so bissig rüber kommt weil ich mag viele von denen von der ich mag die podcast szene unglaublich gern die die ist mir wirklich am herzen ich mag die fotoszene unglaublich gern und ich möchte da um gotteswillen niemanden wirklich an den karren fahren aber bei den bei den business podcast denen erkennst du halt an dass die mit minimalem aufwand zum teil gemacht werden wo die leute im endeffekt einfach nur ein podcast aus dem machen was sie zuletzt in ihrer youtube playlist präsentiert bekommen haben und die foto youtuber sind jetzt auch nicht unbedingt gerade bekannt dafür dass alle irgendwie in unendliche tiefen abtauchen und dann scheint es da manchmal so zu sein dass die sich gegenseitig inspirieren das heißt einer macht irgendwie so ein beitrag über das sind die preise die du als freischaffender fotograf aufrufen solltest und du kannst dann die uhr danach stellen und die nächsten tage kommen andere episoden die einem genau dasselbe erzählen weil es ist offensichtlich von dem gehört haben sich gedacht haben alles schon mal gesagt aber noch nicht von jedem und das ausprobiert hat selber keiner das wahrscheinlich außer jetzt habe ich jetzt habe jetzt habe ich mal eine kurze gegenfrage du hast ja also es gibt ja schon durchaus fantasievolle formate die sich auch irgendwo mit ein bisschen mit den mit den dingen außerhalb von diesen business oder sonst was beschäftigen da gab es bis vor kurzem noch foto menschen der sich immer ganz regelmäßig toll mit toll mit geschichte mit fotogeschichte beschäftigt hat der glaube ich auch in dem 30 mal fotogeschichten sich ein stück weit wieder findet und den hast du jetzt gerade auf auf pause gestellt exakt also ich meine der foto menschen podcast ist ein fotogeschichts podcast und das würde ich sagen ist übrigens die die offensichtlichste lücke die es in unsere podcast szene gibt also unsere foto podcast szene sagen wir jetzt mal die offensichtlichste lücke ist irgendwie fotogeschichte die findet so gut wie gar nicht statt und weil die so gut wie gar nicht stattfindet habe ich irgendwann im foto menschen podcast angefangen zu machen jetzt ist der foto menschen podcast sehr zeitaufwendig mein leben ist übrigens auch sehr zeitaufwendig und im augenblick passt das nicht so ganz übereinander deswegen habe ich ihn ja wie du sagst ich habe ihn pausiert und damit die lücke jetzt wieder aufgerissen die ich als einziger podcast gefüllt habe was ja an sich schon peinlich genug ist also ich denke halt also gerade die fotogeschichte gibt es so viele unglaubliche geschichten hier ihr habt ja auch immer wieder mal einzelne themen daraus aufgegriffen und groß an grob angerissen und wenn du da in die tiefe rein tauchst auch die frage mal zu beantworten wie sind wir denn an den punkt gekommen an dem wir jetzt gerade so sind fotografisch ist unglaublich interessant und ich war soweit ich das weiß das einzige format ist es regelmäßig gemacht hat und leider jetzt nicht mehr macht sind trotzdem 89 episoden die nicht alt werden die kann man jederzeit sich anhören klar die sind genau aber sind auch mit dem mit dem blick entstanden dass ich eben nicht über technik reden wollte und ich wollte eben auch nicht jetzt den neuesten nachrichten sondern ich wollte mich eben mit den menschen in der fotogeschichte beschäftigen und dabei dann eben über die bilder reden über die fotograf innen reden oder über die geschehnisse außenrum aber das ist so eine so eine lücke die die mich sehr überrascht die aber übrigens auch auch wenn man wenn man generell auch wenn man den blick weitet und sagen wir mal ins ausland guckt auch da gibt ein paar aber sehr sehr wenige die dieses feld beackern und das ist erstaunlich aber es gibt auch andere lücken als ich habe in meinem blog post habe ich so ein paar lücken die mir einfach so einfallen wenn ich darüber nachdenken was vermisse ich denn ja da ich habe so ein paar lücken auf aufgeführt es gibt ganze foto genres die keine rolle spielen also eigentlich reden ja gefühlt alle irgendwie entweder über street oder über fashion und kann sehr sagen ja ich wage jetzt mal so ein paar diesen also du also um es zusammenzufassen fantasielosigkeit und zu wenig frauen das sind so die zwei haupt themen im prinzip würde ich sagen ja jetzt gucken uns mal die port die port dass das podcasten an du bist jetzt ja auch vom vom hintergrund her eher so technische natur und damit ist für dich der zugang zu diesem ganzen podcaste auch wahrscheinlich ein relativ einfacher und ich habe so das gefühl dass immer noch das podcast machen leute anzieht die er aus der technischen ecke kommen weil das ist einfach es ist so ein bisschen wie die fotografie selber auch die fotografie ist halb kreativ halb technik du hast immer noch viele knöpfe an denen und viele displays an den kisten und und zwölffach geschachtelte menüs und was weiß ich alles du bist also relativ schnell an dem punkt als sony wollen wir wollen jetzt keine finger zeigen aber es ist es zieht einen gewissen typ menschen an und das podcasten auch und ich glaube dass das mit ein teil des problems ist ich stelle mir nur die frage also das ist ja auch ein gedanke der mir als erstes kam also der allererste gedanke beim lesen deines blogbeitrags war willst du das jetzt denen die podcast machen zum vorwurf machen also wenn wenn männer podcasten dann ist das ja nicht die schuld der männer dass sie podcasten dass keine frauen podcasten also außer die männer würden so podcasten dass sie die frauen erstmal per se einschüchtern und sagen ihr könnt das sowieso nicht bleibt mal zu hause das tun sie ja aber nicht dazu habe ich eine anekdote doch dazu habe ich eine anekdote also das war erst mal der erste gedanke den ich hatte dass das wenn die kinder auf dem schulhof nur seilspringen dann kann ich den das nicht zum vorwurf machen obwohl so viele andere tolle spiele gibt diese spielen könnten das ist eben das was die klientel die lust zum seilspringen hat dann ist das eben so dann kam natürlich der gedanke mit sehr sehr technikgeschichte das ist ja auch ein ding was wir bei unseren workshops sehen dass das eigentlich überwiegend männliches publikum anzieht und da haben wir auch gesagt naja gut es ist ein podcast wo wir da drinnen das marketing machen das hören wieder überwiegend nur die männlichen kollegen und die melden sich natürlich dann zum workshop an was sehr schade ist aber dann ist natürlich wieder die frage es kann ja jetzt auch nicht sein dass es keine frauen gibt die keinen bock an technik haben weil ursprünglich war der technikbereich geprägt von frauen also das fing in der ganzen computerbranche mit frauen auch ganz groß an die waren da ganz vorne dabei die können ja nicht alle weg sein und jetzt kann ich mir halt nur vorstellen dass dieser faktor zeit halt ein großes argument ist weil du musst einfach freie zeit haben und es mag jetzt klischeehaft sein oder vorurteilhaft sein aber es ist nun mal offensichtlich die realität zumindest hat mir das auch meine frau bestätigt zumindest auch aus ihrem umfeld dass in der regel der haushalt und die kinder von den frauen zu hause geschmissen werden und die männer dann spielen nach dem traditionellen rollenbild lebt ja natürlich aber das das ist halt so jetzt ist es schade dass es so ist aber das kann es wie stellst du das jetzt ab also wie kriegen wir denn jetzt das weibliche publikum motiviert sich ein schönes mikrofon anzuschaffen an den rechner anzuschließen und gedanken zur fotografie da rein zu sprechen ich grätsche mal kurz rein und zwar also hier folgende anekdote ich bin jetzt nicht nur dass ich gehe fremd ich habe jetzt nicht nur diesen foto podcast sondern ich habe ja auch noch einen anderen oder zwei andere und einer davon heißt der future of photography den machen wir zu dritt haben den angefangen adrian und ich zu zweit und dann irgendwann aber gemerkt wir müssen das mal ein bisschen aufweiten wir müssen da mal ein bisschen ja auch diverser werden und ein bisschen wir andere stimmen drin hören und haben dann ein casting gemacht in diesem casting haben sich und haben auch bewusst gesagt wir hätten gerne hier auch eine weibliche repräsentation und das haben sich dann insgesamt so ein paar händevoll menschen beworben wer so richtig mit mit casting tape und so also eine minute audio zum anhören und so weiter und da hat sich dann jeremiah gemeldet der als alter weiße dude natürlich auch wieder das stereotyp bestätigt aber er ist zumindest ein hollywood regisseur und hat damit einen ganz anderen zugang von von der von der professionellen seite her und immer hat er sich gemeldet eine irin die selber in einem kunstzentrum arbeitet sehr künstlerisch drauf ist aber technisch so gar nicht und die hat die hat auch die fotografiert auch nur mit ihrem smartphone und macht da auch ihre edits drauf und also eine ganz andere perspektive die unglaublich erfrischend war und also das war klasse und wir haben ich weiß nicht wie lange immer dabei war über ein jahr glaube ich und es war alles super es war alles klasse es war toll aber sie hat dann irgendwann ja ging es dann mit familie ein bisschen schwieriger und dann hat sie irgendwann auch so ein bisschen rumgedruckst und dann ist damit rausgekommen dass es das ist nicht so einfach ist mit uns jungs also wenn da wenn da drei sehr selbstbewusste jungs da sitzen und dinge so auf den tisch legen und so hier jetzt das ist so und das ist so und so wie wie männer hat manchmal drauf sein können und ich rede noch nicht mal hier von irgendwelchen schubi kram und stammtisch sondern ich sage einfach so dass der habitus der hat ihr schwierigkeiten gemacht über die zeit und dann war es für sie irgendwo so ein bisschen ja das hat das hat das hat sie eingeschüchtert also hat sich nicht wohl gefühlt dann in der runde also mit uns schon aber so in diesem fotografischen bereich also menschlich war das überhaupt gar kein thema aber in dem fotografischen bereich hat sie immer das gefühl gehabt da wir sind die mit den dicken kameras und mit dem und den reisen und dem was weiß ich allem und sie sitzt in ihrem irland und knippst so ein bisschen was überhaupt nicht gemacht hat jetzt sagen auf tolle sachen gemacht aber letztendlich war es eine art einschüchterung ich habe mehrere gedanken die ich hoffentlich in eine eine ordentliche reihe bringen jetzt hierzu also zum einen ich möchte gar nicht sagen dass das männer nicht podcasten sollen um himmels willen also ich erstens habe ich selber ich habe acht podcast also man kann sagen ich fühle den äther auch mit einer menge von meiner stimme und ihr seid auch übrigens ihr habt ich habe euch ja als eines der der beispiele wo man wo man gute foto podcasts findet unter anderem deswegen aufgeführt weil ja einfach inhaltlich und von dem wie es präsentiert und wie happy shooting aufgebaut ist einfach eine sehr hohen qualitäts latte vorlegt da da kommt euch einfach auch zugute dass ihr das seit gefühlten tausend jahren macht und dass ihr halt einfach auch die ersten waren und da wie du sagst du am anfang ganz besonders war natürlich podcasterei auch wirklich was für die technikaffinen leute auch und das war zu der zeit als podcasting aufkam nun mal überwiegend männlich so wie du gesagt dass boris eigentlich gibt es diese diesen diese mehr unterteilung nicht wirklich aber zumindest zu der zeit war es so der trend dass sie dass die bastel technik bastel sachen schon überwiegend männer waren und es gibt wahnsinnig viele itler die sich für die fotografie und für die podcasterei irgendwann begeistert haben und da ihr ihre richtung genommen haben und ihr wart früh dran und das ist also ich kritisiere das gar nicht die es gibt viele podcaster draußen die sind männlich und fantasievoll und es gibt viele darin in der liste die sind fantasielos auch wenn sie männlich bestückt sind aber ich will dass das wenn ich beklage dass es kaum weibliche stimmen gibt habe ich da so ein paar gedanken im hinterkopf ich habe und das ist vielleicht eine sache die ich jetzt hier nicht benenne ich werde nicht sagen welches format aber ich habe ich habe durchaus bei mehreren formaten versucht den leuten mal nahe zu legen das ist eigentlich ganz schick wäre auch mal eine frau zu hören inklusive den leuten gesprächspartnerinnen zu vermitteln also ich bin dann noch den schritt weiter gegangen und habe mir gedacht okay vielleicht ist einfach schwer vielleicht ist deren bekanntenkreis nicht geeignet vielleicht ist der kontakte nicht geeignet ich habe ihnen ideen geliefert wie sie frauenstimmen finden könnten und ich habe ihnen kontakte vermittelt und es ist trotzdem dann irgendwie eigentlich immer nur ein gast der mann ein männlicher gast nach dem anderen die dasselbe mit gesprächsrunden also ich glaube manche manche sind da auch sehr bequem also die bleiben einfach in dem setting in dem sie immer schon waren und brechen das nicht auf da gibt es manchmal angenehme gegenbeispiele wo leute dann auch versuchen vielleicht mit den mit den eingeladenen expertinnen und experten zu spielen also es gibt auch die habe ich empfohlen also was weiß ich die motive oder navis wie heißt der andere podcast ach ja fotografie neu denken da ist ein sehr schöner mix an an stimmen zu hören und die beweisen für mich dass es geht und ich glaube halt wenn wir männer uns irgendwas vorwerfen lassen müssen dann dass wir manchmal auch ganz schön bequem sind und es nicht unbedingt gerade attraktiv erscheinen lassen für für frauen bei uns aufzutauchen als als gästin oder manchmal bräuchte vielleicht so von uns die initiative ein bisschen öfter wenn wir schon ein etabliertes format haben allerdings so als abrundung weil man kann ganz viele thesen aufmachen warum das so ist wie es ist die die du gesagt hast boris kenne ich natürlich auch frauen haben weniger zeit und mehr care arbeit das passt nicht so ganz zu anderen realitäten also ich habe beispielsweise mal wieder katja chemnitz von querfeld ein hin und her geschrieben rund um die theorie dass irgendwie mehr männer fotografieren als frauen weil das ist so die sichtbarkeit die du erzeugt wenn du auf youtube gehst ich habe hier mal eine freundin von einem meiner söhne wollte mit der fotografie anfangen und ich habe versucht er einen weiblich gehosteten youtube kanal zu empfehlen und ich habe nichts gefunden und ich habe das kann ja wohl nicht angehen dass so ein thema wie wie steige ich in die fotografie ein so fest in männlicher hand ist also kannst buchstäblich hunderte kanäle finden wo dir irgendein mann erklärt wie man fotografiert und nicht eine frau konnte ich auftun für sie und ich glaube da habe ich mit katja chemnitz eben drüber ich glaube wir haben uns per e mail ausgetauscht und ich habe die kese aufgestellt es gibt vielleicht einfach so dieses übergewicht an männern in dieser wahrscheinlich sagt stimmt nicht also die einsteigen studiengänge sind fast 50 50 besetzt wenn du in bestimmte branchen gehst gibt es ganze studienlandschaften die hauptsächlich von frauen bespielt werden also es gibt es gibt sehr wohl auch eine menge expertinnen die aus irgendwelchen gründen anscheinend sich trotzdem nicht berufen fühlen zu podcasten oder zu youtube oder irgendwie sagen wir mal in die öffentlichkeit zu treten deswegen ist meine persönliche lieblingstheorie zu dem ganzen dass frauen in unserer gesellschaft sich einfach immer noch nicht risikofrei fühlen wenn es darum geht auf eine bühne zu traben und wir männer haben dieses risiko nicht wir sind es gewohnt dass wir uns aber hinstellen und rumpumpen können und alle alle klatschen dann oder schauen zumindest zu und als frau musste immer noch irgendwie mit einkalkulieren dass du dich vielleicht auch noch irgendwie mit blöden sprüchen auseinandersetzen musst oder vielleicht sogar offen diskriminiert wirst oder oder angegangen ist und darauf haben die meisten halt wahrscheinlich keinen bock das ist meine meine theorie dazu finde ich gut dass du diese kurve gerade gezogen hast die kam jetzt erstaunlich schnell ich hatte sie nämlich schon im hinterkopf weil ich hatte natürlich über deinen blog ein bisschen länger mit tanja gesprochen hier und da kam eben zunächst von ihr eben auch der der einwand als ich das so sagte worüber du dich aufregst sagt sie ja brutpflege ja also sagt tanja die darf das sagen ich bin da jetzt ein bisschen vorsichtig wir sind jetzt auch wieder drei weiße männliche das soßen paket hier was über dinge redet über die von denen sie wahrscheinlich selbst kaum eine ahnung haben muss man auch mal ganz ehrlich so sagen eigentlich müssten wir hier eine frau einladen und darüber mal sprechen oder mehrere am besten aber was ich ihr dann ja ja was ich dann aber auch gesagt habe nachdem wir da erst mal drüber gesprochen haben und ich gesagt habe ja aber ich bin noch draußen auch schon vielen fotografinnen begegnet so in der hochzeitsfotografie und so weiter da laufen viele fotografinnen rum und wir haben auch bei uns am stall eine sehr sehr gute fotografin die da fotos macht aber die spricht halt nicht ins mikrofon also die taucht halt nicht öffentlich auf und da habe ich gesagt ja das kann natürlich sein weil wenn du jetzt ein podcast und ein blog oder irgendwas machst zack brauchst du im pressum in deutschland zack brauchst du irgendwo ein realen an und dann hast es plötzlich zu tun mit stalking also wenn es auf aufs extremen kommt du hast es aber vorher schon zu tun mit body shaming oder mit irgendwelchen blöden angemache und dick pics und was es da nicht alles gibt das ist auch etwas das kann man auch nicht einfach vom tisch wischen das ist so ich bin sehr erschrocken dass es so ist mir war das nicht so bewusst das habe ich erst mitgekriegt in über social media und bestimmte kontakte dass das ausmaß ist erschreckend jetzt gerade gab es wieder ein beitrag dazu was auf spiele messen so los ist wie da mit frauen umgegangen wird also ich kann das kaum glauben so aber wie soll es auch glauben ich bin ja nicht betroffen so ja also das ist ich erschrecke mich dass wenn ich sowas höre jetzt ist nur die frage wie kann man denn mit sowas umgehen also wie kriegt man denn sowas mal klar weil ich du kannst jetzt natürlich keiner frau sagen ja mensch wenn es jetzt keiner macht dann wird es ja auch nicht besser also wie kriegt ist das ist das evolutionstechnisch nicht drin sind wir da die jäger und frauen sind die beute oder was ist da los das kann doch nicht angehen also ich glaube auch nicht einmal ernsthaft ich glaube auch nicht dass es zwingend immer so sein muss aber ich glaube dass es einfach so ist es machen ja nicht alle männer viele es macht halt so eine schieflage auch in der persönlichen einschätzung von von ich nehme jetzt mal an frauen wenn die sich überlegen welches hobby greife ich mir jetzt ist vielleicht dieses ich rede regelmäßig in ein mikrofon niedriger angestuft als andere hobbys aus so einem grund oder einfach weil sie diese vermutung haben müssen ich habe jetzt allerdings auch oft gehört dass gerade die podcast szene auch für frauen im grunde abhängig davon in welchem bereich du bist ein durchaus ein positiv entgegenkommendes medium sein kann also ich ich und ich glaube dass gerade so gesprächsrunden beispielsweise bei dem fotolinsen die ja auch so ein gesprächsformat waren da gab es eben chrissy die als weibliche stimme mit dabei war und ich glaube dass gerade so gesprächsrunden da eine große chance bieten weil wenn du ein podcast bist der vielleicht audio hat dann ist eine frau erstmal schon mal die body shaming nicht so ausgesetzt ja dann bist du eine gesprächsrunde die ein thema gemeinsam beackert da könnte man glaube ich eine ganz positive dynamik entwickeln wenn man jetzt diesem thema ein stück weit was entgegensetzen möchte weil es ist dann so der schutz in der gruppe der der vielleicht eine rolle spielen kann aber ich ehrlich gesagt ich habe da nur begrenzt eine gute antwort für ich beklage ja einen zustand dem den ich wenn ich ihn beheben könnte sehr gerne beheben würde dinge die mir eingefallen sind ich versucht habe die ich auch hier gerne mal wiederhole weil wenn mich jemand beim bord nehmen will bitte gerne also ich habe auch schon leute leuten vorgeschlagen also frauen ich habe frauen vorgeschlagen hey wenn du vor wenn du wenn du irgendwie lust hast im format zu machen ich mache alles ich stelle mich in den hintergrund wenn du möchtest ich soll ich ich mache den schnitt ich berate dich was für ein mikro du brauchst alles was du tun musst ist da rein zu reden ich baue dir die webseite das ist alles deins und ich nehme den schmerz weg das war mal ein angebot dass ich gemacht bin ja auch podcast parte im moment auch nicht so aktiv wie ich das gerne sein wollen würde aber jemand der halt versucht leuten dabei zu helfen podcast zu machen und ich habe ein paar paten töchter wenn du so willst ja also ich habe mehrere podcast schon betreut wo es eben eben weibliche stimmen waren keine davon in fotografie umfeld aber das ist so ein beitrag den ich mir denke den ich machen könnte jetzt bin ich leider ein solo podcast also die meisten meiner podcast sind eigentlich mit mir alleine da wird es ein bisschen schwierig die die geschlechterbalance in meine eigenen sendungen zu bringen aber ich denke mir halt gerade so diese ganzen sendungen die interviews führen könnten sich zur aufgabe machen jetzt nicht dauernd aber trotzdem immer mit dem gedanken auch im hinterkopf auch für eine für ein ausgewogenes stimmenverhältnis zu sorgen sind ja auch interessante stimmen also wenn ich jetzt wieder podcaster ich höre auch frauen sehr sehr gerne in podcast und das ist und es gibt sehr viele fotografinnen wie ja zum beispiel sendungen wie wie von quer fällt ein der podcast wo wo die regelmäßig expertinnen einladen und interviewen auch beweist also die gibt es ja und ich glaube dafür ein bewusstsein ist wichtig und dann sich zu überlegen was kann ich tun also kann habe ich ein gesprächsformat kann ich leute dazu holen als host habe ich ein interview format kann ich die hin und wieder mal einladen bin ich jemanden der jemand der vielleicht versuchen kann irgendwelchen irgendwelchen schmerz wegzunehmen was ich sehr gerne täte wenn es denn wirklich an sowas wie der technik scheitert wäre ich da gerne im hintergrund jemand der der da hilft so dinge fallen mir da ein ist ein super angebot übrigens was mir eingefallen ist es gibt noch ein podcast der sich auch rund um die fotografie also dann aber auch ganz andere themengebiete beschäftigt und zwar der von pick drop das sind ja die die auch ein angebot haben um webgalerien mit kunden auszutauschen und solche geschichten zu machen und die haben den eigenen podcast und da ist auch eine frau ein fester bestandteil und die haben auch immer wieder interview partnerinnen aus verschiedenen bereichen also das fällt mir dabei auch noch ein wo du gerade sagst so gesprächsrunden weil das funktioniert dann eben auch sehr sehr gut finde ich finde ich erstmal einen schönen ansatz und auch das angebot da von dir wenn jetzt irgendjemand sich da draußen berufen fühlt und sagt okay das könnte ich mir vorstellen weil da muss ich vielleicht auch nicht mit meinem namen auftreten vielleicht kann man ja über eine gesprächsrunde jemand noch finden partnerin oder halt ein partner dass das unter einem anderen namen läuft dass man da nicht angst haben muss irgendwo gefunden zu werden vielleicht möchte man eigentlich anonym bleiben aber trotzdem immer sein wissen teilen weil ich gebe dir da schon recht und das ist das was chris aussagte ist erst mal egal ob männlich oder weiblich aber eine andere sichtweise und eine weibliche sicht ist nun mal oft einfach eine andere als die die wir haben die bereichert das format natürlich bei uns also also auf the future photography da war immer ganz wichtiger bestandteil und viele leute haben sehr laut geweint als sie dann gesagt hat nee es geht gerade nicht mehr gut das ist ein thema das werden wir jetzt hier auf keinen fall abschließend behandeln können aber ich schlage vor sollte das jemand diskutieren wollen wir haben unseren slack auf dem man das zum beispiel tun kann oder die kommentare hier zur sendung jetzt noch ganz kurz zum zweiten thema und das war das thema fantasielosigkeit also wenn ich mir so wenn ich mir so verschiedene entwicklungen angucke in der in der geschichte bei denen plötzlich irgendein medium demokratisiert wurde also plötzlich irgendwas zugänglich wurde für die masse ich nehme als beispiel desktop publishing irgendwann waren die pc ist da und dann konnte man plötzlich seine broschüren und seine flyer und büchlein und was weiß ich zuhause am rechner machen und dann haben plötzlich ganz viele leute die null basis wissen hatten wie ein layout funktioniert wie geschrieben wird wie bilder komponiert werden wie bildgestaltung funktioniert und so weiter haben dann plötzlich irgendwelche word art auf irgendwelche papiere gedruckt und oder webseiten gebaut mit sich drehenden brief umschlägen oder sonstwas die ich glaube einfach diese demokratisierung des mediums bringt ganz automatisch auch eine verwässerung mit sich weil die schwelle des einstiegs unglaublich niedrig ist und das ist hier kein gatekeeping überhaupt nicht ich finde das super und dann passiert das aber ganz automatisch dass erst mal so im durchschnitt die qualität runter geht oder die 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 wahrgenommene qualität aus 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 sich der leute die die qualität ja tun können machen können was meinst du dazu also ich möchte zwei thema auseinander halten qualität und fantasielosigkeit weil wir haben einige formate die sind sehr sehr hochwertig also die 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 machen das was sie machen sehr gut da ist die audio qualität einwandfrei es gibt auch formate die tatsächlich also ich nehme da auch die mit einer hohen infodichte mit rein trotzdem trotzdem kreist das ganze inhaltlich um einen sehr engen zirkel also so wie ich so wie ich fotografie erlebe und ich hobby mäßig studiert habe über die jahre also ich bin auch jemand ich auch ich mag kameras auch ich gehe sehr gerne sehr viel fotografieren aber ich habe auch eben eine menge fotobücher mich rum und ich habe mich eben mit fotogeschichte sehr viel beschäftigt und so wie ich die fotografie erlebt habe ist das tatsächlich so vielleicht das menschheits und gesellschafts umfassende medium überhaupt also wir beschäftigen wir bewegen uns von einer von einer schriftgesellschaft in eine bildgesellschaft und das auch nicht erst seit gestern und wir wir machen das mit immer größeren sprüngen das geht so weit dass eigentlich unsere jugend im prinzip über bilder und videos mehr kommuniziert als über text ja und es ist also nichts hat so viel einfluss auf politik auf gesellschaft auf wie wir die welt erleben wie die verschiedenen bild formate und ich nehme es dann mal absichtlich auch mal video und bewegtbild mit rein aber wenn wir jetzt auch selbst wenn man nur fotografie nehmen ist das schon war und die podcast die du dir dann anschaust die beschäftigen sich trotz allem wenn du so ein grafen machen würdest ja beschäftigen sich der überwiegende mehrzahl dieser sendungen mit drei dingen im prinzip ja und ich habe vorhin schon so ein bisschen drüber gelästert die kameratechnik ist ganz weit vorne das ist was was man anscheinend endlos und immer diskutieren kann und zwar auch außerhalb von einem news podcast also das ist natürlich wahnsinnig viel diese diese technik an sich und dann das nächste was man ganz viel diskutieren kann ist natürlich was was man selber gerade fotografiert was ja auch für so hobbyisten sicherlich einmal frei und in ordnung ist aber eben auch trotzdem dann immer um ein zwei genres kreist und wenn du diese business podcaster dann noch nimmst die erklären dir dann noch was von wahlweise monetarisierung oder wie wie man irgendwie studios betreibt und diese themen sind alle wichtig und interessant aber im endeffekt gibt es einen begrenzten kanon an dingen die man da besprechen kann und mir fehlen halt wahnsinnig viele themen also die fotogeschichte fehlt mir die frage was macht es mit unserer gesellschaft andere fotografische medien storytelling ist was wo alle podcaster die ganze zeit sagen wie wichtig es ihnen ist es gibt aber kein gestaltungs und storytelling podcast in dieser gesamten sammlung das sind halt so lücken die mich anspringen wo ich mir die frage stelle warum ist es inhaltlich so wenig präsent jetzt hast du gesagt von denen wie viel waren es 150 podcasts sind irgendwie zwei drittel ja 50 sind eigentlich satze wirklich aktiv das heißt letztendlich regelt das dann nicht der markt wenn du wenn du eine eine suppe von langweiligen fantasielosen dingen hast dann werden die doch sicher auch nicht ein publikum bis es kein publikum sucht langweilige fantasielose dinge das heißt die hören dann halt irgendwann auf nach 10 20 episoden weil sagen ja nö wird ja nix und dann regelt sich doch das doch irgendwie oder ich weiß nicht vielleicht ist das eines der erfolgsrezepte von happy shooting weil ihr habt eigentlich alle die punkte die ich jetzt gerade so angemerkt habe habt ihr immer wieder mal drin ihr habt zwar einfach wir sind ein bauch laden wir haben alles ich habe ihr holt ihr holt leute ab die gerade erst anfangen mit grundlagen wissen was übrigens auch so eine lücke ist die relativ wenig gefüllt wird finde ich obwohl man ja meinen könnte das wäre auch so eine sache das ist manche business podcaster versuchen das so ein bisschen aber ihr macht es ihr macht es tatsächlich fundierter als ich das in vielen anderen formaten hin und wieder redet ihr mal über über die fotogeschichte wenn es thematisch irgendwie dazu passt dann dann natürlich foto nachrichten und und technik ist ein großer faktor aber oder oder ihr habt eventuell hin und wieder auch mal wenn ihr zum beispiel auf reisen seid oder so gibt es verschiedene foto genres die ihr besprecht oder ihr klärt trennen also was mir auch zum beispiel fehlt ist der blick nach vorne denn den finde ich auch außer bei bei euch oder future photography finde ich den so gut wie nirgends wenn man einfach mal die frage stellt wenn ich die linie die ich im moment sehe nach vorne weiterdenke wohin geht denn das alles ich habe ja hier in happy shooting habe ich schon über die bildgeneratoren gehört da habe ich selber noch gar nicht mit sowas rumgespielt da wurde das hier da war christ schon vollständig im dalitur rausch ja da haben wir schon kritik dafür gekriegt dass wir das in jeder episode ansprechen aber ich meine das ist einfach ich finde sowas sowas also ihr seid tatsächlich ein sehr schön abgerundeter podcast und das aber auch und da will ich euch jetzt nicht bauchpinseln aber ich glaube das ist eine funktion dessen dass ihr das schon so lange macht aber trotzdem ändert es nichts dran dass sie jedes einzelne dieser felder die ich aufgezählt habe würde ja eigentlich auch genügend material hergeben um damit eine ganze sendung zu füllen ja also das ist dass ich ich finde es erstaunlich dass es nicht passiert und das ist das was ich so ein bisschen beweine ja auch in meinem rat wo ich sage also du willst du willst du willst lieber konzentriertere einzelne themen haben in podcasts ich möchte dass ein paar themen überhaupt stattzufinden podcasts oder mehr happy shooting das können wir können wir können ja so so kann man ja heute irgendwie automatisieren so auskoppeln diese einzelnen themen bereiche und die dann ordentlich kategorisieren und dann kann man das über eine kuration über den führt wieder irgendwie sich zusammen basteln also ich hätte einfach den verdacht dass viele themen in der form nicht stattfinden auch wegen des zeitaufwandes weil es ist relativ einfach fotonews zu lesen und sich für technik zu begeistern und darüber auf und liest vor genau das geht relativ einfach also auch ich mache mich davon nicht frei ich gucke gerne mal bei peta pixel und anderen seiten ich bin immer begeistert an neuer technologie und an neuen objektiven und was ich damit anstellen kann natürlich berichten wir darüber wenn wir so andere themen mal drin haben auch in der vergangenheit ja auch durchaus mal länger werden schon mal so fast monotomat thematische folgen wo es dann so ein bisschen tiefer in die materie reingeht das ist sehr sehr zeitaufwendig sich auf solche dinge vorzubereiten wenn man es bisschen tiefer beleuchten will als nur das gibt es und das denke ich darüber sondern wenn man das wirklich ein bisschen backern will wo kommt das her wo geht das hin wie funktioniert das und so weiter und wenn ich mir jetzt vorstelle du würdest jetzt ein podcast anbieten wollen sagen wir mal nur über über geschichten erzählen mit bildern so ja oder die geschichte des triptychons und was du damit alles anders wenn du wenn du jetzt monotomatischen podcast willst ja vielleicht hat jemand eine idee frage wie monotematisch so dass das triptychon und du ja so wenn du das jetzt machen willst und willst da auf die aspekte eingehen dann also erstmal wird das so sein bei vielen die sagen wie so ein podcast dafür machen nämlich nach drei episoden mit fertig das übrigens das was wir bei happy shooting am anfang auch mal dachten und das andere ist halt wenn du das wirklich gut machen willst glaube ich dass du da sehr sehr viel zeit versenken musst also ich weiß dass moni ja hier monis motiv klingel gemacht hat ein toller podcast mit das ist übrigens genauso ein podcast wie du ihn halt vermisst also der wirklich ganz ganz anders an dieses thema rangegangen ist also legendär immer noch diese geschichte hier todsünden auf die fotografie übertragen und was ich erinnere aber das ist halt etwas da setzt du dich halt genau aber da setzt du dich halt nicht ans mikrofon und sprichst das mal kurz runter sondern da ist ja wirklich recherche drin und da steckt nicht wirklich vielen ich bezeugen keine viel gedanken schweiß drin und so weiter und ich glaube da schrecken einfach viele davor zurück weil sowas wöchentlich zu machen und vorzubereiten weiß ich gar nicht ob du das in deiner freizeit schaffst und jetzt kann man natürlich sagen okay dann mach es halt monatlich oder so so in irgendeiner form regelmäßig aber vielleicht ist das so ein so ein so ein abschreckender punkt so die low hanging fruit die ist halt da und bei dir kommt natürlich noch hinzu wenn du 152 podcasts abonniert hast du keine zeit und im märz 40 stück davon angehört hast also vielleicht nicht alle davon weil bei einigen weißt du schon dass sie nicht hören brauchst aber sagen wir mal 20 davon angehört hast dann wirst du natürlich viel dasselbe hören aber mit anderen stimmen aber gerade das ist natürlich ein vorteil mit anderen stimmen mit anderen dialekten ich mag bestimmte podcasts mit bestimmten dialekten nicht das ist aber mein persönliches problem ist aber in der regel kein problem weil ich finde dieselben themen beackert auch von anderen stimmen die ich lieber hören mag das ist ja der große vorteil aber ich abonniere die dann nicht alle 40 also damit jetzt hier nicht der falsche eindruck entsteht ich höre die nicht alle vollständig durch auch wie gesagt also weil die leute sagen ich wundere mich gar nicht warum du keine zeit mehr für den foto menschen podcast hat ist manche leute können auch auf dreiecks hören also das soll leute das aber aber hat nicht schon hat nicht schon karl valentin gesagt es ist alles schon gesagt nur noch nicht von allen ja ich möchte mal gerade ich möchte mal gerade kurz darauf reagieren also eine sache die ich sagen möchte ich möchte eigentlich dass keiner dieser podcast die da existiert aufhört also ich verlange auch von keinem dass sie ändern was sie tun ich finde die die podcast die wir haben sind schon gut so wie sie sind was ich beklage sind die lücken und natürlich gibt es sendungen die sind aufwendiger und das ist viel da ist mehr schweiß drin da gebe ich dir recht es ist jedes medium hat seine low hanging fruits youtube die low hanging fruit in youtube jahrelang talking hat das heißt die webcam einschalten einfach reinreden und bei uns ist natürlich so in der podcasterei ist die low hanging fruit die ob wir drei kumpels sind so lustig da kann man auch mal aufnehmen und und einfach senden oder wir nehmen die nachrichten im endeffekt durch den news verstehe ich jetzt ist es aber so dass es gibt immer noch ein paar sachen wo ich argumentieren würde dass dass die so hoch auch nicht hängen und trotzdem offensichtlich lücken sind ein beispiel das ich auch in dem blog post mache ist praktisch jeder fotograf erzählt mir irgendwann dass story telling in bildern wichtig ist für sie kaum ein podcast da draußen beschäftigt sich aber mit den medien die nummer dann dann wirklich wichtig wären also es gibt kein story telling podcast es gibt kein podcast der sich mit bewegtbild wirklich beschäftigt es gibt kein podcast der der versucht zu erklären wie kann man denn geschichten visuell erzählen und ich würde sagen wenn du ahnung davon hast ist das vielleicht was was du tun könntest ja ist das nur der deutschsprachige bereich also ich bin auch im englischsprachigen bereich unterwegs ich bin auch im englischsprachigen bereich unterwegs da gibt es gegenbeispiele ellen schaller zum beispiel hat hat da ein podcast aber mir geht es jetzt tatsächlich das mache ich auch immer ganz absichtlich dass ich die podcasterei durchaus getrennt sie als es gibt die deutsche podcaster sehen und es gibt eine englischsprachige weil ich glaube die überlappung ist unterschiedlich und solche lücken existieren es existieren auch lücken bei den machen also es gibt zum beispiel auch keine jungen leute die die über fotografie reden dabei fotografiert die jugend nonstop und zwar manche auch sehr ernsthaft also ich und also es gibt aber niemand aber die sind doch draußen fotografieren was sollen die da noch podcast wollen halt nicht ins mikro sprechen ich meine es aber ich sage mal es gibt so lücken und auch meinen fotomenschen podcast ehrlich gesagt ich habe da bevor mir der 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 dampf ausging und da kam jetzt übrigens auch noch ein fernstudium das ich angefangen habe dazu und ein paar sachen die mein leben für eine weile auch etwas emotional anstrengend gemacht haben aber bis sagen wir mal november habe ich jede woche eine folge in dem fotomenschen podcast gemacht und das war zwar durchaus arbeit und nicht ohne aber es war jetzt auch nicht unmenschlich wenn man sich eben für das thema interessiert und das ich glaube halt da gibt es entweder leute die es bis jetzt noch nicht über sich gebracht haben in dem mikro zu sprechen oder die leute fangen an zu podcasten ohne ohne mal zu gucken was gibt es denn sonst schon und sich zu überlegen was könnte ich denn beitragen was noch nicht schon da ist ja weiß ich nicht nun gut wir werden es wir werden es nicht alles lösen können hier aber ich glaube das sind schon mal die richtigen anstöße und ich würde tatsächlich sagen leute diskutiert wir haben die entsprechenden ecken wo ihr das tun könnt und der dirk podcastet weiter wenn auch nicht mehr über fotografie wir werden ja dirks kontakt verlinken also den blog verlinken das heißt sollte sich jetzt da draußen jemand berufen fühlen etwas zu machen um diese lücke zu schließen aber kennt sich mit dieser ganzen technik nicht aus und will damit eigentlich auch so wahnsinnig viel nicht mit zu tun haben dann nimmt mal kontakt mit dem dirk auf weil der hat ein großes angebot da gelassen und vielleicht trauen sich manche einfach nicht zu fragen das kann es ja auch noch sein ja also ich bin wirklich gerne bereit zu helfen dass das meinte ich vollständig ernst und das andere ist auch wenn ich vielleicht also ich meine es gibt es gibt tolle podcast da draußen ich mache auch in dem in dem blog post ein paar beispiele es gibt wenn man sich die gesamte liste anguckt selbst die eingestellten podcasts die es gibt sind ja auch oft wert trotzdem gehört zu werden weil manche sachen sind eben sind eben auch evergreens und da vielleicht habe ich einfach auch formate übersehen also das wäre auch so eine bitte wenn wenn ihr jetzt sagt aber podcast xyz ist doch ganz großartig und hier der storytelling podcast und was weiß ich und die gesprächsrunde mit den drei fotografinnen die dirk gar nicht erwähnt hat ja haut es mir um die ohren ja ich würde das gerne auf foto podcast.de ob da vielleicht was fehlt ja sind da eure eure juwelen nicht drin okay dirk dann mal herzlichen dank dass du dir die zeit genommen hast hau ruhig mal wieder sowas raus das war ein tolles gespräch alles klar danke für die einladung mach es gut bis bis bald mal wieder tschüss tschau tschau ja jetzt sind wir wieder da schön war's gut war's frust in der foto podcast landschaft ja geht geht auf jeden fall auf seine adressen und so ist alles in den show notes verlinkt ich gebe euch mal noch hier genau für die show note da packe ich das mal noch hier in die paste so hier in die prächtig prächtig in den notizen ich kann nicht mehr reden so wir kommen sehr gut für podcast wir kommen wieder von vom foto podcast frust rüber zu ja zu adobe unser aller liebste firma adobe da habe ich wahrscheinlich direkt im anschluss noch eine frage aber erzähl erst mal die hatten nämlich kürzlich den adobe summit das ist so deren konferenz wo sie alle möglichen sachen vorzeigen wo so state of the union und wo geht's hin und da haben sie unter anderem so ihre ki-angebote präsentiert weil daher machen die auch schon seit ein paar jahren kräftig mit rum und ja in dem rahmen haben sie dann unter anderem firefly gezeigt firefly ist der bildgenerator ne also das wo du rein tippst was du willst und hinten fliegt ein bild raus und und haben das thema ethik sehr hoch gehalten was ich interessant fand weil was was ist das große problem wenn du heute im im business umfeld irgendwelche bildgeneratoren verwendest die rechte du hast als firma sagst du ich baue hier bilder mit stable diffusion und hinterher das wird ja gerade jetzt dann bald von vor den gerichten gehört das bild ja vor amerikas gerichten verhandelt wie sieht es da mit den urheberrechten aus die trainingsmaterialien sind ja auch irgendwo aus dem web und gescrapt und was weiß ich alles also getty ist da zum beispiel mit am klagen weil ja weil manchmal bei den generierten bildern halt doch noch so was rausfällt was aussieht wie so ein wie so ein getty watermark rum drüber ähm ja und gelernt hat dass es zum bild dazugehört was genau und äh adobe hält jetzt hier die ethik fahne hoch was ich bei adobe ein bisschen lustig finde aber okay und die sagen dass sie äh hier dann schon sehr darauf achten dass das alles sehr sauber ist also dass es quasi business safe ist was du mit deren generatoren baust ähm und zwar wird diese oder ist dieses firefly ist und wird trainiert basierend auf den bildern von adobe stock adobe hat ja eine eigene stock bibliothek wo du da kaufen kannst und ähm wenn du da bilder rein tust äh so wie es aussieht gibst du dann eben auch das recht ab dass adobe darauf auch eine ki trainieren darf nicht deine bilder die du in deinem lightroom hast und dann irgendwie über die cloud syncs und so weiter sondern da geht es tatsächlich glaube ich auch klar gesagt das haben sie klar gesagt da hatten wir ja vor einer weile schon mal drüber geredet das war nicht ganz klar dann haben sie es geklärt aber adobe stock ist halt nochmal eine andere geschichte da wollen leute ihre bilder verkaufen und ähm die werden dann eben zum trainieren herangezogen und adobe sagt sagte auf dem adobe summit dass sie planen die fotografinnen und fotografen zu entschädigen die zur erstellung der äh generativen ki modelle beigetragen haben und das klingt erst mal gibt ein jahr photoshop cc kostenlos wahrscheinlich keine ahnung das ist genau das problem sie haben sie haben sehr mit mit ethik um sich geworfen mit dem begriff und zunächst tatsächlich aber glaube ich erst mal hauptsächlich auf business abgezielt weil die haben ja zwei verschiedene kunden sie haben so leute wie uns die mit ihren tools irgendwas machen aber letztendlich auch die empfänger dieser dinge die wir machen wenn ich jetzt ein grafik design mache dann bin ich kunde von adobe und mein kunde ist zwar mein kunde aber indirekt halt auch kunde von adobe und ähm ich möchte clean sein wenn ich bilder für meinen kunden generiere mit adobe produkten also das ist so die eine geschichte und diese entschädigungsgeschichte ja die ist halt angedacht aber auch nicht mehr das ist dabei rausgekommen und das fand ich so ein bisschen also adobe sagt ja nee das müssen wir mal gucken da wollen wir schon was tun aber es ist natürlich nichts genaues wissen nichts genaues wissen wir nicht und ja ich weiß es nicht also ich bin gespannt ob das in irgendeiner form ob dann in irgendeiner form ja da tools bereitstehen oder wenn da ein bild generiert wird wo dein bild in den trainingsdaten drin ist wie genau das feststellbar ist und wie viel prozent was das nämlich auch so was wer sich mal mit dem thema beschäftigt hat und dann den sogenannten latent space sich versucht hat sich zu visualisieren dann ist halt nicht so oh ja das auge ist von dem bild und die haare sind von dort sondern so funktioniert es nicht es ist quasi eine eine diffuse wolke in der sachen so also du kannst noch nicht mal glaube ich sagen wie viel prozent von dem generierten bild letztendlich auf deinen trainingsdaten basieren deshalb ist das thema ja ein schwieriges und also ich kann mir höchstens vorstellen dass du eben sagst das bild ist ins training eingeflossen worden jetzt kannst du den menschen der das bild gemacht hat davor dafür in irgendeiner form kompensieren sei es dass du einen höheren verkaufs prozentsatz gibst oder dass du eine einmalige summe zahlst oder hier danke ein jahr lang also war gar nicht mal lustig also ein jahr lang cc kriegst du weil hast uns deine daten zur verfügung gestellt vielen dank oder was weiß ich ab 100 bilder die wir von dir benutzen dürfen wenn du sie verschlagwortet hast kriegst du das und das irgendwie als entschädigung viel mehr kann das nicht sein weil meines wissens so wie die dinge aktuell funktionieren kriegst du das gar nicht raus was als quelle daher genommen wurde weil das system lernt ja durch versuche und irrtum konzepte kennen zu lernen und zu reproduzieren und durch welche quelle ist das dann mal irgendwann gelernt hat das wüsste ich nicht dass du das noch weißt hinterher also es gibt ja schon tools heute gerade für stabile diffusion gibt es schon have i been trained punkt kommt zum beispiel wo du bilder reinwerfen kannst und dann sagt das ja das ist in dem trainings es ist in den trainingsdaten trainingsdaten drin aber mehr halt auch nicht gut ich ja das ist es halt da bin ich jetzt tatsächlich mal gespannt ob das in irgendeiner form da tatsächlich also lukrativ wird es nicht werden weil es doch ist einfach schon nicht mehr wirklich lukrativ es sei denn du hast die da hatten wir ja hier auch schon tollen interviewpartner zum thema stock könnt ihr mal suchen nach stock auf happy shooting de hatten wir euch zweimal hier name fällt mir bestimmt auch gleich noch mal da ein entschuldigung an dieser stelle profi stock fotograf und es sind nicht mehr so viele die davon wirklich was leben können und wenn man da ernsthaft noch geld mit verdienen will dann muss man richtig richtig viel content machen ich hörte das video im augenblick noch ganz gut geht also so kurze videoschnipsel werden wohl ganz gern genommen da entwickelt sich noch ein bisschen was da kann man sich ein paar euros holen aber ist aber man soll jetzt nicht glauben dass man irgendwie 20 fotos von sich hochlädt und dann irgendwie das jahr ausgesorgt hat so ist es nicht das war das funktioniert schon lange nicht mehr aber gut ich also ich würde sagen da um da wirklich damit dann auch einen guten einkommensstrom zu generieren ja so mein bauchgefühl sagt dass man dafür dann auch wenn man davon leben will wahrscheinlich mehr als ein fulltime job hat nur gut wahrscheinlich was ich dich fragen wollte ist hast du dich für feierfleisch schon angemeldet oder hast du da schon so ich habe mich angemeldet ich habe aber noch keinen zugang okay bin ich sehr gespannt sagen es gut aus was sie gezeigt haben was da so geht ja ja gut ja wir kommen langsam richtung ende ich habe noch ein video tipp mitgebracht das ist das ist wieder so ein box video zum thema fotografie über das foto ein ganz spezielles wie soll ich sagen thema der fotografie naja es ist ein spezielles thema der fotografie und zwar ist es ein video über geisterfotografie also versetzen wir uns mal in die mitte des 19 jahrhunderts da ja da wurden aufregende neue dinge erfunden also die fotografie zum beispiel oder der telegraf und die da kam auch die elektrifizierung und und solche geschichten das war alles so ein bisschen dafür die menschen war das alles so ein bisschen wunder und wow und abgefahren also unerklärlich und unter anderem ist auch der spiritualismus da ziemlich abgegangen die seance und solche geschichten die wir wurden da auch ganz groß und in dieser zeit gab es einen fotografen william mummler hieß der und der hat das war ein amateur fotograf in boston und der hat behauptet er könne geister fotografieren also und und natürlich haben sich mit solchen dingen hauptsächlich spezialisten und spezialistinnen ausgekannt und er und seine frau hannah die selbst war auch professionelle fotografin und ein spiritistisches medium die haben in boston aufsehen erregt weil sie geisterporträts verkauft haben da sind also leute in deren studio gegangen und dann war hinterher auf dem foto und nicht nur der mensch drauf sondern hinter ihm stehend auch noch so eine geisterhafte weiße erscheinung von der verstorbenen großmutter oder sowas und das hat natürlich aufmerksamkeit von spiritualisten und von auch von skeptikern auf sich gezogen und da haben auch wohl professionelle fotografen in boston versucht das irgendwie zu die banken weil das alles blödsinn und haben es aber nicht geschafft weil also die der trick wurde nicht wirklich aufgedeckt damals allerdings wurden dann die betrugsvorwürfe immer größer und da sind die dann 1869 nach new york city umgezogen das ist damals der fotograf die fotografische hauptstadt der amt der usa gewesen und dort dann tatsächlich auch schon ein paar monate später unter betrugsverdacht verhaftet worden ins gefängnis gesteckt worden interessanterweise zeuge im verfahren war pt barnum barnum ein showmann und promoter und zirkusdirektor der fand das nämlich ganz schlimm weil gesagt hat da werden trauernde menschen ausgenutzt und das geht nicht und trotzdem konnte niemand so richtig die methode identifizieren und die sind jetzt in diesem video dabei so was nachzustellen und zu versuchen dass ja mal rauszukriegen was da wohl gemacht wurde und haben da so verschiedene methoden mal aufge aufgezeigt und ein bisschen umprobiert also du hast du hast da eine kamera das sind damals eben glasplatten kameras gewesen mit dem balgen und so weiter da hast du also richtig platz drin gehabt in den dingern und man vermutet also unter anderem hätte es sein können dass da einfach eine zweite glasplatte mit dem geist vor der platte in der kamera schon drin steckte so oder kontaktabzug oder so dass ich hätte jetzt auch gesagt ist die platte vielleicht vorher schon belichtet gewesen eine vorbelichtung wäre möglich oder du hast sagte man da vielleicht kommt hinten aus der kulisse eine weiß gekleidete person und stellt sich kurz hinter dem fotografen du hast halt lange belichtungszeiten da kannst du auch schon mal so eine geisterfigur drauf packen oder du hast in der kamera so eine glasplatte mit so einem kleinen bild was dann in den lichtstrahl geklappt wird oder halt eine zusätzliche platte in irgendeiner form oder beim empfindlich machen der platte im silber silber nitrit bad und so weiter oder passiert ist erst beim abzug oder es ist schon auf der platte drauf ich weiß gar nicht oder oder war das sogar ein positiv verfahren weiß ich jetzt gar nicht auf jeden fall wurde mammler dann freigesprochen und hat hat dann interessanterweise weil der prozess dann doch sehr viel aufsehen erregt hat und der freispruch auch hat ja natürlich extrem publicity gebracht danach noch sehr viel arbeit gehabt hat dann hat dann unter anderem auch nachdem er dann so viel sichtbarkeit hatte hat er dann auch prominente amis fotografiert also zum beispiel die frau von abram lincoln und und verschiedene andere leute und hat dann später sogar postaufträge von leuten angenommen die dann ein foto von sich hin geschickt haben was er dann abfotografiert hat und ein geist drauf sichtbar war natürlich so also in dem video wird das alles so ein bisschen nachgestellt und versucht mit einem experiment und ja aber so 100 prozent zweifelsfrei ist es nicht geklärt war aber ein spannendes video der geisterfotograf ja ja die banking von sowas aus der sehr spaß ist wichtig wichtig dass man das tut ja finde ich ja schön gut wir hast du termine ja ich habe einen alten jingle die termine danke philipp an dieser stelle ja solltet ihr auch jingles für irgendwelche segmente für irgendwelche wiederholten segmente machen die wir haben oder machen wollen dann schickt sie an info at happy shooting.de wir freuen uns drüber oder happy shooting.de slash hi da könnt ihr jederzeit auch mal was audio rein tun nee wir haben einen termin bekommen und zwar von michael michael hat uns eine ausstellung im in der burg fürsten eck in eiterfeld nähe fulda chris ist gerade mit seinem kopf ganz dicht an den monitor gegangen naja ich will gucken ob der eiter oder älter steht aber das eiterfeld steht da eiterfeld nun gut die fürsten ecker fototage bereichernde tage rund um spannende fotografische themen in ein oder mehr tägigen workshops ein toller vortrag eine nächtliche sternenführung eine familiäre atmosphäre fachsimpeleien bis spät in die nacht tipps und tricks von profis und fotos 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 die workshops der insgesamt sechs dozenten im rahmen der fototage klassik werden nach dem baukastensystem ausgewählt im vorfeld werden zwei mehrtägige masterclasses angeboten die einzeln oder in kombination gebucht werden können die fürsten ecker fototage gehen vom 14 mai bis zum 21 mai ja gut link auf happy shooting punkt de slash kalender da wo auch alle anderen termine sind wir bedanken uns und werft uns gerne eure termine hier rein fotorelevante termine ausstellungen events und so weiter auf happy shooting de slash kalender ja die aktuelle aufgabe läuft noch das ist die frühling aufgabe mit dem tag hs märz also m a i r z h s ma erz die läuft seit dem 21 märz und noch bis zum 18 april in dem zeitraum könnt ihr also noch frühlingsbilder bei flickr hochladen in die happy shooting gruppe stellen und den tag hs märz 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 na gut so schaut's aus ja dann haben wir noch ein ein hinweis von heiko der hat uns frage hätte ich noch ja ich mache kurz den hinweis und dann erst den hinweis okay dann darfst du noch die fragen und zwar schrieb er uns in happy shooting die slash hi hi boris und chris spektrum der wissenschaft die deutsche ausgabe von scientific american macht am 23 mai einen vortrag über bilder vom james webb space teleskop eventuell interessiert euch das ja ich habe mich jedenfalls angemeldet ja 23 mai und da linken wir auch mal hin das ist irgendwie muss man sich da anmelden das läuft nicht einfach so live im web sondern das ist irgendwie so ein so ein so ein webinar tool aber kostet wohl nix und du kriegst halt irgendein ladungslink dazu geschickt oder sowas und wenn es euch interessiert dann könnt ihr da mitmachen der 23 mai der 23 mai da 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 ja da ist da ist der klostergeister schon rum der ist nämlich vom 8 bis zum 13 ich habe auch gerade geguckt weil wenn es auf den klostergeister das wäre natürlich perfekt gewesen dann hätten wir das da groß auf die leinwand gemacht na gut ja denn eben nicht dann halt nicht gut dann hast du noch fragen der reiner hatte gefragt gibt es eine ai zur bild kata kategorisierung eine ai zur bild kategorisierung beziehungsweise verschlagwortung die man lokal selbst betreiben kann ich würde gern ein größeres vereins archiv bearbeiten hätte auch einiges an trainingsdaten die schon verschlagwortet sind möchte das ganze aus datenschutz gründen aber nicht über ein cloud service machen gibt es da eine vielleicht sogar open source lösung und da kamen antworten die eine die mir auch eingefallen wäre von tobias exire exire ist halt ein tool was auch als erweiterung zum beispiel für lightroom funktioniert was eben die bilder analysiert verschlagwortet und diese verschlagwortung auch zurück nach lightroom übertragen kann exire genau exire exire das lässt sich aber so sagt tobias nicht selbst trainieren also das ist halt trainiert das ist also diese deep learning dinger sind halt immer so dass sie so funktionieren und die wissen halt was auf dem bild zu sehen ist zumindest das was für was sie trainiert wurden und das ordnen sie dann zu mehr oder weniger zuverlässig das muss man dann ausprobieren und erik sagt noch er benutzt für sowas photo prism photo prism das sobald ich das gesehen habe da kann man eigene schlagworte anlegen vielleicht sogar trainieren lassen also er schreibt jetzt lässt sich ein wenig trainieren soweit ich sehe ist das aber eine eigenständige software also man kann da bilder halt rein pumpen und dann sind sie halt in photo prism verschlagwortet und verwaltet ich habe jetzt nicht gesehen dass es da einen weg zurück gibt dass man die ergebnisse dann irgendwie nach lightroom importiert das weiß ich aber nicht ich habe jetzt nicht die ganze webseite durchgelesen was du lokal trainieren kannst ist die gesichtserkennung von lightroom ja das kann man lokal lightroom hat eine face recognition engine die ist mehr oder weniger okay aber das ist halt auch eine technik die ist wahrscheinlich jetzt knapp zehn jahre alt und die ist nicht besonders flott und so weiter aber wenn man immer wieder mal nach trainiert und neue gesichter zuordnet dann kann man da schon mit einem schnell genügend rechner auch einigermaßen mit arbeiten ja man kann das auch einfach mal laufen lassen das ist nicht das problem mein problem bei der lightroom gesichtserkennung ist eher dass ich mich nicht darauf verlassen kann also hast ich habe mehrere gruppen bilder mit meinen schwestern und dann siehst du ein bild da ist eine person nicht verschlagwortet auf dem nächsten bild was ja ja es ist gleich ist dass eine andere person nicht darauf verschlagwortet also ja es ist alles ein bisschen schade so ist das und torsten hat also falls ihr noch einen anderen vorschlag habt hier für den reiner verschlagwortung lokal vielleicht sogar selbst zu trainieren meldet euch und torsten sagt noch eine das ist jetzt eine schöne frage an euch könnt ihr mal darüber nachdenken und fleißig kommentieren eine frage in die runde eigentlich sind es eher zwei was hättet oder wollt ihr real noch fotografieren und und was wäre etwas fiktives was ihr machen würde also fotografieren würde also real alles was mit eurem equipment zeitbudget machbar wäre oder gewesen wäre und fiktiv eben keine beschränkung auf geld or technik und so weiter keine limitierung also einfach mal so rumspinnen und er schreibt hier für sich schon mal bei ihm wäre es real zum beispiel der start eines space shuttles ist halt leider nicht mehr möglich oder ein vulkan ausbruch ist halt das timing passen und fiktiv fände er es spannend ein foto vom james webb teleskop zu machen ein foto wo das drauf ist vom james webb ja gut kurz hinfliegen foto machen wieder zurück sehe ich jetzt das problem nicht so easy easy nee kannst du zwischendurch nicht tanken ist schwierig brauchst du ja nicht hast ja sonne ja das finde ich eine sehr sehr schöne frage da kann man mal drüber nachdenken ich hätte jetzt so aus der hüfte geschossen keine idee also natürlich hätte ich total bock mal eine fotoreportage zu machen die bis ins weltall geht also tatsächlich ein flug zum welt ein flug zum mond eine reportage jetzt von der nächsten landung auf dem mond hätte ich ich hätte scheiße angst ich würde es wahrscheinlich schon aus angstgründen nicht machen aus gesundheitlichen gründen gar nicht machen können aber ich hätte einfach fiktiv sehr sehr großen spaß dran so ein mondflug mond landung oder den aufbau einer mondkolonie zu dokumentieren da ich einfach ganz ganz großen spaß dran dass wir so das fiktive und das was real möglich ist das ist halt etwas so so was wie altes großes reizt mich also pyramiden zum beispiel würde ich einfach ganz gerne mal sehen von innen von außen von oben land und leute drumherum von anderen kulturen zu dokumentieren also was chris in teilen ja schon gemacht hat als er mit seinen fotoreisen unterwegs war das sind so sachen einfach andere leute kennenlernen wie ticken die mal einen tag mit denen verbringen mir die landschaft von denen zeigen lassen und das fotografisch dokumentieren das wäre etwas reales wo ich sehr sehr viel spaß dran hätte also bei mir wäre es vor allem jetzt im fiktiven bereich landschaftsfotografie auf einem der jupiter oder saturnmonde oder auf dem mars also ordentliche ordentliche landschaftsfotografie das was aus denen aus den rovern rausfällt das ist halt eher dokumentarisch aber ja da könnte man da könnte man tatsächlich wenn man vor ort ist noch luft ordentlich fotografieren kann dann könnte man da durchaus richtig spannendes zeug machen also ob auch eine porträt session wo dann vielleicht irgendwie curiosity mit drauf ist und so ne da geht ja geht ja einiges also das wäre so für mich so so ein ding da hätte ich bock drauf tja ja sehr schön ja reiß doch einfach genau genau wenn alles im leben so einfach wäre ist ja easy ja dann haben wir es aber für heute geschafft oder ja reicht auch schöne abschlussfrage denkt da mal drüber nach schreibt kommentare happy shooting.de folge 801 happy shooting.de slash hi zum beispiel hi hi wie der fisch geht auch natürlich genau und dann würde ich sagen ja immer eine idee sprechbar halten oder so drei zwei eins happy shooting die 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 Untertitelung des ZDF, 2020